Einen wunderschönen Dienstagabend und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Schön, dass schon deine Leute da sind und ja, wir machen heute weiter mit mehr Wild Hearts. Und ja, wir werden heute versuchen, die nächsten beiden Superkemonos zu erledigen und ich denke mal, dass ich dafür dann mir eine Neuwaffe machen werde. Das kann wahrscheinlich endlos lange dauern, ich bin mal gespannt, aber ich glaube, dass es tatsächlich darin liegt, dass wir einfach die nötigen Damage nicht machen. Und es liegt entweder an meiner Rüstung oder an meinen Waffen und ja, ich denke, da müssen wir was dagegen tun, weil ja, selbst in guten Runden, zumindest gegen den Jasper Stachel, selbst in guten Runden, wo ich ihn tatsächlich ja oft angreifen konnte, haben wir einfach nichts hinbekommen. Und deswegen, ja, wird es durchaus Zeit, dass wir da wahrscheinlich dann nochmal was machen müssen. Ich hätte eigentlich gedacht, ich hätte eine gute Waffe und ein gutes Set. Habe ich sicherlich auch für normale Sachen, aber das Spiel denkt sich jetzt so, nee, du machst jetzt, du machst jetzt nochmal extra Arbeit und holst dir die OP-Waffe. Und ja, da müssen wir jetzt eben mal schauen. Ich habe schon befürchtet, ja, die Sache ist halt eben, ich habe es mir nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, das Ding ist einfach hart tanky. Und selbst als wir ihn wirklich zehnmal oder so waren, das glaube ich, gegen die Wand bonken lassen haben und halt immer wieder schöne Kombos reinhauen konnten, hatten wir nicht ein einziges Mal Agro bekommen, wenigstens Agro, nach wie viel, 15 Minuten? Na ja, zehn Minuten zumindest. Und ja, da läuft dann definitiv irgendwas falsch. Das ist, denke ich, der große Punkt. Und deswegen gucken wir mal. Vielleicht muss ich auch nochmal gucken, was die beste Angriffsmöglichkeit ist mit Langschwert oder mit Katana eben. Vielleicht muss ich das nochmal schauen, aber das wird wahrscheinlich heute so ein bisschen der Schritt. Ich gucke mal und dann überlegen wir uns, wie das Ganze funktioniert. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann kann mich das dumme Chemo nochmal und dann machen wir es im Multiplayer. Deswegen, ich will da vielleicht auch nicht unendlich Zeit verbringen, aber wir können nochmal schauen, wie es läuft. Mal sehen. So, ähm, so, jetzt erstmal, äh, Klinolea, vielen lieben Dank für den Follow, sehr freundlich von dir. Dankeschön, schön, dass du dabei bist. Bekommst natürlich dann Follower-Cock-Sound. Vielen lieben Dank. Und ja, natürlich auch schön, dass die anderen auch da sind. Guten Abend an euch. Und wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Willkommen. Guten Abend, Garuga. Guten Abend, Indigo. Guten Abend, Kenneth. Guten Abend, Marcel. Guten Abend, Cess. Guten Abend. Und Rare. Und guten Abend auch an alle anderen, die gerade uns zuschauen und nicht im Chat sind. Auch an euch. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen, willkommen. Und ja, schön, dass ihr auch tatsächlich jetzt schon zum Streamen gefunden habt. Äh, ich hab mir jetzt, äh, doch eine halbe Stunde früher starten können, weil ich heute ein bisschen früher raus bin. Ich weiß nicht, ob es einfach durch Twitch aufgefallen ist oder ob ihr es auf Discord gelesen habt. Ich hab ja nochmal einen kleinen Discord-Text geschrieben. Aber trotzdem schön, dass ihr da seid und freut mich, dass es so geklappt hat. Und ja, wie gesagt, wir gucken dann mal, wie es in Wild Hearts weitergeht. Und, äh, ja, wird wahrscheinlich nochmal ein bisschen Farmarbeit, aber kann man eben nicht verhindern. Ja, das ist die Sache. Ich hab mir jetzt noch das Gameplay von Zelda. Ähm, ich muss mich erst an Totk gewöhnen. Ja, ähm, ich muss sagen, nichts Genaueres, aber eine Sache muss ich sagen. Ich will das Spiel haben. Ah! Genau deswegen hab ich mir das Gameplay nicht angeschaut. Das ist das Schlimme an Gameplay, ne? So ein Trailer, da kannst du sagen, ja, ist ja nur ein Trailer. Aber wenn du tatsächlich irgendjemanden da durchrennen siehst und Sachen, äh, machen siehst, dann, äh, ja, wird die, wird die, wird das Interesse umso höher. Und das ist noch so lang, ne? Wir haben noch zwei Monate. Das ist, äh, ist hart. Halt, halte durch. Ich hab nicht mehr vergessen, die Amiibos bei Sunbreak zu nutzen. Holy, das waren viele große Tränke. Oh ja, die Amiibos sind mega dazu. Definitiv. Ich hab ne Pfad überlegt und du kannst dir ja vorstellen, was ich für Pfad nutze. Ja, kann ich. Das wird dann fünf Steams dauern, bis wir den Pfad haben. Ah ja, ich bin gespannt, was du von Pfad überlegt hast. Ich kann auch mal reinschauen und, äh, dann sehen wir generell ja schnell, was tatsächlich relevant wäre, ne? Genehmen wir mir jetzt, äh, aber erst noch ein Brötchen. Klingt gut, dann guten Appetit dir. Gut, dass ich in Sunbreak schon die OP-Sachen habe, ja. Das ist nie verkehrt. Definitiv. So, Mibib, danke für deine Steams. Sind sehr schön und unterhaltsam. Oh, das freut mich sehr zu hören. Das ist immer ne tolle Sache. Genau dafür mach ich sie ja, dass ich, ups, Leute damit unterhalten kann. Deswegen freut mich sehr, das zu hören. Und wie gesagt, schön, dass du da bist. Hallöchen. Ja, was ist dieses Discord? Schlimm waren die, die, äh, die ersten Kommentare und dem Gameplay-Video gesehen. Nur Deppen. Ja, aber das ist immer so, ne? Die eine Hälfte fragt, wann das neue Mario kommt. Die andere Hälfte beschwert sich, weil es ja, äh, Breath of the Wild nur neu ist. Also ich kann es mir, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, was für absolut schwachsinnige Kommentare da wieder drunter standen. Das ist, ist doch immer so, nicht wahr? So, dann würde ich sagen, starten wir mal rein. Äh, ja, passt soweit. Perfekt. Die meinten, es sieht furchtbar aus. Okay, das ist komisch. Na gut. Kann natürlich auch sein, dass viele Leute, die, äh, mit Breath of the Wild schon nicht zufrieden waren, ne? Und jetzt einfach ein neues Legend of Zelda haben wollten. Äh, dann jetzt natürlich mit Breath of the Wild 2 immer noch nicht zufrieden sind, ne? Kann auch gut sein. Schwierig. Keine Ahnung. Äh, Leute sind nie zufrieden. Ja, das ist richtig. Alles, was nicht 4K ist. Ja, das ist, äh, das ist die Gamerschaft mittlerweile, ne? Es ist so. Mal eben ein Agnosum im High Rank mit einer Level 10 Waffe in 2 Minuten getötet. So gemein. Der Arme Agnosum. Er wurde gequält. Hab grad noch die Nonnenerscheinung besiegt und kann nun endlich tauchen. Nee. Hat aber die Steuerung verlernt. Das ist das Schlimmste in Sekiro, aber hat der scheinbar irgendwie funktioniert. Nice Sache. Glückwunsch dazu. Sehr cool. Jetzt erstmal überall rumtauchen, ne? So. Man guckt sich auch keine Kommentare an, wenn man sein Leben nicht hasst. Hahaha. Das ist ein wahnsinnig guter Kommentar, ja. Wahnsinnig guter Satz. Dem kann ich nur zustimmen. Das ist schon so. Vor allem bei solchen Gameplay-Sachen, ne? Da ist immer irgendwie was Kontroverses drunter. In manchen anderen Bereichen gehen die Kommentare tatsächlich sogar. Aber bei sowas, ja, es ist immer eine Katastrophe. Oder Directs, ne? Das ist solche Livestream-Chats von Directs. Eine Katastrophe. Nicht machen, wenn euer Leben euch wert ist. Das ist schön. Ich find's super, weil es ist immer noch ein Switch-Spiel. Ja, auf jeden Fall. Und, ne? Breath of the Wild sah auch wunderhübsch aus. Natürlich, ah ja, es ist ein Switch-Spiel. Natürlich, man könnte es sehr viel hübscher machen. Ähm, bestimmt. Aber es sah für das, was es ist, auf jeden Fall auch schon klasse aus, ne? Viele Leute haben ja schon gesagt, dass es, äh... Hier die, die Emulator-Version, äh, gerade 60 FPS, 4K, dann doch sehr, sehr hübsch aussieht. Kann ich mir gut vorstellen. Aber... Das Spiel war so auch schon echt hübsch. Und von dem her... Ich denk, man muss mit dem zufrieden sein, was man kriegt, beziehungsweise was man hat, ne? So. Okay. Es war ja schon irgendwie klar, ähm, es kommt eine OLED-Version. Will sie sehen, wie es aussieht? Ich hab die OLED-Version schon gesehen auf Twitter. Ich bin kurz auf, äh, durch Twitter drüber. Da hatten sie es, äh, hatten sie es schon gepostet. Sieht süß aus, auf jeden Fall. Die OLED sieht auf jeden Fall hübsch aus. Absolut. So. Muss ich echt sagen, die... Die fand ich auch schon schick. Auch neue Controller gaben dazu, ne? Ähm... Neuer Controller und ich glaub so eine neue Reisetasche. Kommen, glaub ich, auch alle in dem Design. Sieht definitiv hübscher aus. Wenn ich nicht alles schon hätte, würde ich es mir wahrscheinlich kaufen. Hätte ich noch keine Switch, würde ich mir so eine holen, ja? Das ist genau meine Überlegung. So, bro, schon nett. Aber ich hab schon eine Switch. Das ist ja immer ein Problem. Ja, die hab ich gesehen. Früher dachte ich noch, dass man, ähm, da sehen kann, wie sich alle freuen. Aber das, was ich oft nur sehe, macht mich traurig. Ja, das ist leider so. Es ist leider tatsächlich so. Und es ist schade, dass, äh, dass Leute sich da teilweise nicht so freuen können, ne? Und immer irgendwas Negatives suchen. So. Na dann, ja? Bist du bereit für meinen Weg? Nein, aber gib ihn mir trotzdem. Was ist Todesstoß? Oh, 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 oh. Ja, aber es ist eine Feuerkatane. Todesstoß wäre trotzdem interessant für, für diese Stelle jetzt im Moment tatsächlich. Wie gesagt, äh, ich glaube nicht. Wird ein Angriff erheblich, aber die Entfeststellungsleiste lehrt sich schneller. Ja, ich denke, das hier, ich denke, das hier wird der Weg sein, ne? Ähm, also erstmal bis zum Werten Drachen runter. Ähm, also von meinem Punkt jetzt aus, ha? Zu dem da? Genau, okay. Wegen der Manifestationsentfeststellung, ha? Denke ich mir nämlich. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Weil das ist halt tatsächlich das, was ich im Moment auch nutzen kann. Ha, genau. Okay, wow, was ist das? Kodama ist ja hier. Crazy. Guten Abend, Kodama. Willkommen zu Steam. Schön, dass du dabei bist. Okay, Manifestationsentfeststellung. Da habe ich mir schon gedacht. Dann links rüber zu Ama. Ja, ja. Karakuri Harmonie. Ähm, Basis Karakuri. Okay. Legasp. Äh, schön. Und die Entfeststellung natürlich mitnehmen. Äh, ja, natürlich. Ich meine, klar. Das war immer so ein Punkt, wo ich mir dachte, ja, klingt cool, aber ich war mir nicht sicher. Aber, ja. Ähm, verstehe ich. Ja, zu Ama rüber. Das ist klar. Auf jeden Fall. Jetzt ist nur die Frage, wo du als nächstes abbiegen willst. Fusionsschnitter, starker Arm, Nebeleinbruch. Hm. Ich meine, es muss hier irgendwo sein, hm? Ja, gut. Wahrscheinlich halt eben das da, ne? Ja. Äh, dann rüber zu Tempest. Ob du das Zorn von Ama mitnehmen willst, ist mir relativ egal. Ja, es ist eine gute Frage. Nee, es hält super kurz. Also, ich kann's... Ja, ich kann's nur machen, wenn ich die Bounce-Pads mitnehme. Und das ist nicht so relevant. Äh, von einem Gegen... Nee. Guten Abend, Sarun-Sama. Willkommen zu Steam. Schön, dass du dabei bist. Gegenangriff find ich jetzt auch nicht so prickelnd, muss ich sagen. Hm. Schätze mal nicht, dass du mich hier hochleiten wirst. Sag mal, du bist ein Schweizer, ohne zu sagen, du bist ein Schweizer. Ich esse 20 Brot mit Käse zum Abendessen. Was? Müssen eben stolz sein auf ihr Käse. Und das Ende ist der andere Drache. Ich hab so gut es geht, äh, ist kurz gehalten. Ja, 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 ja. Das, äh, ich sag mal, ich hab die Sachen kurz abgescannt und ich dachte mir schon, dass es in diese Richtung läuft. Klingt auf jeden Fall, klingt sinnvoll, ja. Ja, damit haben wir wie viel? Damit haben wir, damit haben wir 64% Manifestationsentfesselung. Ich mach 64% mehr Schaden mit der, mit der Manifestation dann. Plus nochmal 12% Schaden mit den R2-Angriffen. Das ist Jesus. Und 10% nochmal mehr Schaden, wenn das Kemo nur Agro ist. Okay. You're welcome. Ja, danke schön, danke schön. Ja, wie gesagt, das ist, äh, ich wäre zum, ich find's gut, weil ich wäre zum selben Entschluss gekommen. Äh, das ist die, die gute Sache. Ich wäre tatsächlich zum selben Entschluss gekommen. Äh, das brauchst du auch bei den miesen Viechern. Ja, das ist richtig. Ja, es ist, äh, wir haben gesehen, ne, es ist notwendig. Auf jeden Fall. Jetzt frag ich mich noch. Ich dachte mir halt so, das kann ja eigentlich nur gut sein. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, damals, dass der Drache, äh, als wir dann die Waffe bekommen haben, ich hab's mir schon überlegt. Ich hab's gelassen, weil die, äh, die Entfestungsleiste leert sich schneller. Ja, und früher war's halt so, du, wenn du den Monstern hinterherlaufen kannst, ne, dann kannst du ihnen noch mal ab und zu mehr mitgeben mit der Entfesselung. Und dadurch wäre das der Schaden ja wieder ein bisschen besser verteilt. Aber bei dem Biest, vor allem jetzt, und wenn die, wenn die Gegner immer aggressiver und schneller werden, dann wird die Entfesselung nicht ein dauerhafter Buff, sondern tatsächlich einmal eine Kombo reinhauen, die so dermaßen viel Schaden macht, äh, statt zu über längere Zeit einfach etwas mehr Schaden. Und ist ne coole Idee, auf jeden Fall. Es ist interessant. Und ich denk, damit können wir auf jeden Fall schon ordentlich was anfangen. Die Frage ist jetzt nur, wenn wir eh schon beim Ändern sind, ändern wir noch andere Sachen. Ich mein, wir könnten hier noch zusätzlich 4% Crit Chance bekommen. Ist uns das wert? mit dem Angriff im ungebundenen Zustand. Was ist der ungebundene Zustand? Das ist die Entfesselung. What? Der Leistenmodus. Warum heißt der dann nicht im entfesselten Modus, sondern im ungebundenen? Warum hat das Ding zwei Namen? Das dachte ich mir nämlich auch, aber jetzt war ich verwirrt. Ich hab keine Ahnung, okay. Gut. Äh, so. Wenn du noch nie eine komplett zerstörte Krabbe hattest, ich hab's geschafft. Oh, okay. Nee, ich glaub, komplett zerstörterlich eine Krabbe noch nie. Nice. GG. Ach, sehr gut. So, wunderbar. Hab's so gut, äh, geht kurz, äh, versucht kurz zu halten. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein guter Weg. Ey, dein Grün ist wieder so grünig wie davor. Nice. Mehr Grün. Es ist Grün zu Grün. Mhm. Gut, wir wollen die Manifestationsentfesselung von dem Ding. Und Teilebrecher 3 hat's geschafft. Ja, Teilebrecher 3 ist einfach Wahnsinn, ne? Wir würden dafür den starken Arm dann opfern. Wobei wir ja so gesehen zwei Sachen weggeben müssen. Müssen wir? Nee, müssen wir nicht, nicht wahr? Na, doch, müssen wir. Weil wir den Klingenwechselzorn ja auch haben wollen. Ähm. Der Meister-Dueland ist natürlich schon toll, ne? Hm. Aber bloß, wenn nicht mehr mit der Entfestungsleiste spiele, ist es natürlich cooler, wenn die sich schneller erhöht. Ähm. Hier hat man noch die eine Crit-Chance drin. Aber ich denke, wir müssen eine Crit-Chance loswerden. Hab heute meinen ersten Code-Van-Durchlauf beendet. Ey, nice. Glückwunsch. Sehr, sehr cool. Hm. Ja, dann legen wir einen Meister ab. Okay. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Glutfeder. Und ein bisschen Drachie. Und ein bisschen Amazoo. Nee, nicht Amazoo, okay. Wenigstens nicht Amazoo. Und ein bisschen Goldsturm. Und noch ein bisschen Drachie. Oh, die Musik. So süß. Hm. Ja, das ist sehr Drachie-lastig. Ja. Ähm. Spielen wir denn gar nicht mehr auf Crit? Amazoo? Ich glaube, ich denke an einen anderen. Habe ich nicht Amazoo gesagt. Ja, nicht Amazoo. Amaterasu. Das ist mir aber davor schon passiert, ne? Ja, wir müssen Amazoo machen, ja. Ähm. Und dann können wir uns das nochmal mitnehmen. Ja, wobei 8% ist dann halt auch nicht mehr, ne? Wir reden jetzt von dem, äh, von dem Start, äh. Oder von einem Boost von 64%. Ich weiß nicht, wie krass da nochmal 8% zusätzlich sind. Den Angriff vom ungebundenen Zustand. Und wenn wir das machen wollten. Oh Gott. Nee, das kannst du nicht machen. Doch. Wir könnten hier runter, das hier holen. Hier hoch. Hier rüber. Und dann hier runter. Ich glaube, das will ich nicht. Ich glaube, das will ich nicht. Nee. Nee. Jetzt hör auf, mehr Wege gehen zu wollen. Ich meine, wenn wir schon einen Weg gehen, dann können wir auch einen richtigen Weg gehen. Oh, wir können auch das gehen. Guck mal. Hier ist dieselbe Fähigkeit, aber viel schneller. Ja, gut. Ich mein. Warum schwierig, wenn's doch einfach geht, nicht wahr? Ähm. Weil wir die Crit-Chance eh aufgeben müssen. Einen guten Abend, Silja. Willkommen zu Stream. Schön, dass du dabei bist. Dann können wir so gesehen auch hier zurück. Weil hier ist auch keine. Hier ist grausam. Das haben wir alles nicht. Das müssen wir eh aufgeben. Dann können wir ja so gesehen einfach backtracken, bis wir hier sind und dann das hier runtergehen. Dann hätten wir nämlich noch den ungebunden. Hey, ich dachte erst um 19.30 Uhr. Habe ich mir versehen. Du hast dich nicht versehen. Aber ich habe ganz spontan den Stream früher gestartet, weil ich heute ein bisschen früher rausgekommen bin. Ah, deswegen. Also kein falscher Punkt von dir. Sondern einfach bloß, ich habe den Stream generell vorgezogen. Keine Sorge. Walter hat es startet. Nice. Wir werden nämlich gleich eine heftige Farmrunde machen. Ach, du kannst direkt bis zu dem Punkt zurückgehen. Oh, das wusste ich nicht. Oh, ja, okay. Das spart ordentlich Geld. Und der frühere Stream tut nicht gut, wie man sieht. Ich bin jetzt übermütig. Ich denke jetzt, wir können alles machen, weil wir jetzt so viel Zeit haben. Wie, Wild Hearts? Dachte, Shen Yu. Ja, genau. Dieser Weg wird kein leichter sein. Shen Yu wird gestartet. Ach, Gott. Amatsu Magatsuchi. Ah, ja, genau. So hieß er. Gott, den Namen habe ich eh nicht mehr gehört. Drang updated seine Waffe? Ja, das tut er. Oh, ja, das tut er. Ist da ja eh egal, was wir nehmen. Wir wollen bloß die anderen Sachen. Ah. Jetzt sind wir am selben Punkt, aber wir sind etwas weiter. Hey, Shen Yu? Ich dachte, Portable Third. Müsste man eigentlich mal erleben, nicht wahr? Ich würde tatsächlich zuerst die Glutfeder jagen, damit wir eine Waffe haben. Ui, Glutfeder-Farmen habe ich ja nicht genug. Ich hoffe, du hast den Drachen auch noch nicht genug gefarmt, weil die müssen wir danach farmen. An wem könnte das bloß liegen? Ja, an der dummen Jasma, einem dummen Jasma-Stachel. An dir, dass du es rausgesucht hast. Wie gesagt, nochmal Dankeschön. Wie gesagt, ich wäre denselben Pfad gegangen, muss ich sagen. Aber danke nochmal fürs Nachschauen und fürs auch inspizieren, was es vielleicht für andere Möglichkeiten gibt. und, äh... Ja, mal sehen. Drache, Gott! Warten Sie! Warten Sie worauf? Was? Ah. Und dann zu viel überdenkt seid. Ja, genau. Es tut nicht gut, einen Tag dazwischen zu lassen. Lädt noch. Ja, ist ja... Ich mache ja nur die Lobby. Die Spiele müssen erst mal starten. Ist doch nicht schlimm, wenn die Lobby schon aktiv ist, oder? Oder doch? Ich gehe ja noch nicht auf die Quest. Ja, doch, weil dann kommen Leute vor dir rein, oh. Hä? Wollte befördert? Ich dachte, Gott, Iter. Uh. Ich gebe die Nummern ganz langsam rein. Äh, gestern kam auch jemand nicht rein, oder? Äh, ja, genau. Gestern kam, äh... Äh... Spanatze kam gestern nicht rein, ne? Deswegen, äh... Joa, müssen wir gucken. Ich meine, wir hätten ja nochmal wechseln können, aber scheinbar war er dann nicht mehr da. Deswegen, ja, mal sehen. Ein Sunbreak kann es schlimm sein, die Lobby ist da schnell voll. Ja, das ist richtig. Das ist... Ein Sunbreak ist es doch kritisch, oder? Hier sind ja doch nicht so viele Leute unterwegs. Aber ja, mal sehen. So, bam. Ich starte die Lobby. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Niemand kann mich aufhalten. Äh, so. Vier Glutfedern. Ah, ich weiß es nicht. Die Krallen. Die Krallen brauchen wir, nicht wahr? Äh, kann sogar sein, dass die, äh... Feuerkrallen. Oder Feuerkralle. Also, ich meine, rein logisch müsst ihr ja wenigstens zwei Krallen haben. Ähm... Dann hoffe ich natürlich, dass er vielleicht noch einen im Dings droppt. Me on the way. Nice. Kann man Krallen brechen? Ich bin dabei zu schauen. Aber, also, wäre komisch, wenn nicht, oder? Oder so. Die Feuerkralle. Das sind seine Beine. Ja, okay. Also, ja. Zwei Krallen durchbrechen. Und vielleicht nochmal eine durch eine Questbelohnung. Könnten drei Krallen sein. Ich hasse diese Tails. Wieso braucht man vier freaking Stück? Ja, das ist furchtbar, ne? Das ist echt... Also, das Farmen ist halt schon echt anstrengend, muss man sagen. Oh, wir können neue Löcke bauen. Aber ja, auf seine Beine müssen wir dann gehen. Wir müssen ihm eine Maniküre verschaffen. Aber will oder nicht. Eine Zwangsmaniküre. Oh, oh, oh. Nein. Tragisch. Letztes Karakuri. Hä? Der hat doch sieben oder so. Das sind doch hier nix für den. Wenn es so nur funktionieren würde, ne? Maniküre oder Pettiküre? Äh. Naja. Ihr Pettiküre. Ja, das ist eine Pettiküre, ne? Ich mein, ja. Wie ist es bei Vögeln? Also, ja, es sind die Beine. Ja, also Pettiküre. Pettiküre sind Füße. Maniküre sind Hände. Ja, schon. Aber er hat per se keine Hände. Aber ja. Ist dann Pettiküre. Ihr habt recht. Ihr habt ja recht. Das ist doch das, was ihr hören wollt, oder? Der Einzige, der ich aufhalten kann, ist das Kämen nur von gestern. Das ist absolut richtig. Aber den umgehen wir mal im großen Bogen. Das eine ist Füße, das andere Hände. Ja, okay. Okay. Das ist, äh, ihr habt mich. Ich bin da jetzt nicht so der Profi drin, muss ich jetzt sagen. Ist jetzt nicht so, als würde ich jede Woche zur Maniküre oder Pettiküre gehen. Wir haben hier einen. Ich weiß aber nicht, ob wir den machen wollen. Wir können auch den da machen. Der gibt aber halt auch keine Belohnung. Gibt der eine Belohnung? Eine Federhaut. Das ist keine gute Belohnung. Komm, dann machen wir den. Dann haben wir auch noch eine Quest abgeschlossen. Das passt. So, 15% Part-Break durch Halli. Uh, nice. Hat man eine Part-Break-Waffe noch nicht? Ja, so eine Part-Break-Waffe ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Gerade für die Viecher hier. Aber das ist auf jeden Fall auch gut. Polyküre, weil Latein, pullus, ist gleich Huhn. Huhnpflege. Halt! Ich halte doch. Ich gucke doch bloß, welcher Quest. Keine Sorge. Ich halte. Du gehst nicht? Nein. Drenk hat so schöne Hände und Füße. Das glaubt ihr gar nicht. Du musst es wissen. Schön. Okay. Hey! Nice. Guten Tag. Ich könnte mir das auch noch überlegen. Aber ich meine, rüstungstechnisch sind wir echt an sich am besten dran. Gut, die Tauben Ohren mag ich. Sonnenschutz ist an sich dauerhaft aktiv, was cool ist. Einfach nochmal 5% Buff. Und ansonsten gibt es hier halt auch so nix. Ist halt alles so... 5% gegen Schwachstellen. Ja, das kann ganz cool sein. Ja, müssen wir halt schauen. Machen wir uns zuerst die Waffe. Die wird wahrscheinlich schon sehr viel bringen, denke ich mal. Ja, bitte nicht noch Rüstung. Keine Sorge. So, okay. Ja, das war das. Gut. Ich brauche einen Zeterngeißelbart für 55% Partbreak-Waffe. Oh, okay. Können wir sicherlich irgendwie organisieren, oder? Das wird bestimmt irgendwie funktionieren. Da können wir... Seid ihr bereit? Können wir mal reinschauen. Falls du nächst, dein Weg ist kompliziert. Oh, Junge. Du hast du noch nichts gesehen. Ja. Gut. Dass die Pfade komplett crazy sein können, das ist ganz klar. Das machen wir jetzt. Das ist ja nur nicht, weil wir nicht komplett übertrieben agieren wollen. Aber Pfade können richtig, richtig heftig sein. Definitiv. Ich dreh mal durch mit dem Star. Vielleicht machen wir in Zukunft noch mal einen krassen Pfad, dann theoretisch, wenn es dann wirklich ins harte Endgame geht oder so. Habe ich auch ein paar gezeigt. Genau, genau. Ich kann mir schon vorstellen, was das sein kann. Schön. Kann dir meinen Bart geben? Kodama, die Zeterngeißel. Schön. Ja, guck mal. Wie gesagt, jetzt machen wir erstmal den Pfad rüber und dann sind wir da ja auf jeden Fall schon deutlich besser dran. Ich weiß gar nicht, wie die 8% dann auf die 64% gestackt werden, aber ich denke, das kann schon gut werden. Wui. Warte. Aber hey, passend. Ich brauche Glutfeder noch für meinen Stab. Eine Flugfeder. Ah, okay, nice. Eine Flugfeder sollte gut machbar sein. Ich weiß nicht, warum. Schnibbel, schnibbel. Das kann ich eben nicht. Ich mache bloß Pfluff und dann war es das. Okay, gucken wir mal, wie viel Krallen wir aus dem Ding rausziehen können. Hoffentlich ein paar. Von was war Krustenbrust nochmal? Das waren die Krabben. Das waren die Krabben, die Giftkrabben mit den Schädeln auf dem Rücken. Die Schildkröten haben Korallen gegeben oder so. So. Ist hier ein Turm? Hier ist natürlich kein Turm. Ich habe das Ding auch bloß aus Versehen ausgewählt. Es fehlt fünf Wasser. Warum fehlt uns immer? Okay, da ist Wasser. Sehr gut. So. Damit das Lager hier auch mal irgendwie relevant wird. Wunderbar. Er ist so tatsächlich da oben. Okay. Können wir uns eigentlich... Huch. Ich glaube, der ist spontan weg. Die perfekte Position. Oh, ich kann da nicht hochschießen. Wieso... Wieso kann ich da nicht hochschießen? Hier hoch? Ist das sinnvoll? Machen wir weiter. Ich meine, wir kommen etwas höher. Und dann von hier aus nochmal. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Ich gehe mal eben Krabben umlegen. Okay. Viel Erfolg. Ey, Holz. Praktisch. Und dann das da. Ich wollte nicht abrutschen. Da ist schon eins noch ganz oben. Ja, aber das steht da drüben. Auf der Plattform. Ja, okay. Okay. Dann. Andere Idee. Ich laufe doch dort nicht rüber. Also bitte. Ich bin ein Jäger. Ich bin faul. Da. Nein. Als ob das Ding zerstörbar ist. Goddammit. So. Wenn ich fünf Meter laufen muss, dann ist mir das gleich zuwider. Aber ja, die Seilschiene ist gut. Dankeschön. Die ist auf jeden Fall echt nice. Ich habe den Winkel nicht gefunden von da drüben. Aber der ist deutlich besser. Nein. Als ob mich das Ding gesehen hat. Ich bin hier hinten. Äh. Super. Ganz, ganz super. So. Wie schnippeln wir den jetzt am besten an den Beinen rum? Ist die Frage. No. Au. Au. What? Au. Okay, das war die Feuerwelle. Ich dachte schon. Was zur Hölle hat mich da gerade eben weggehauen? What? Wieso? Hey. Toll. Ich meine, es hat irgendwas gebracht. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie eine komische Verzögerung vom Baum. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Au. Okay. Das war gefährlich. Ich kann nicht. Ich kann nicht sagen, ob das den richtigen Punkt erwischt. Das alles hier jetzt gerade eben halt nicht. Das darf vielleicht. Yikes. Ich bin mir noch nicht sicher, wie das am besten funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob ich jemals die Krallen von ihm gebrochen habe. Nice. War das die Krallen? Ah ja, jetzt waren bloß die beiden Punkte. Okay. Okay, das ging jetzt wieder. Komisch. War nice. Nein, hört denn. Ah. Er hat seinen Flügel in den Weg gepackt. Goddammit. Wie ärgerlich. Das ist dein Ende. Ich dachte nicht, dass es so weit explodiert. Ich bin ganz ehrlich. Au. Okay. Ungemütlich, was dort hinten passiert. Alles Ende. Hast du etwa alles? No. Huh. Hm. 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 Hapone. Komm runter, mein Freund. Na toll, jetzt liegen seine Füße halt auch richtig gut, ne? Keine Chance, die irgendwie brechen zu wollen. Na ja, guck mal. Hast du Angst? Ich glaub, hier entlang vielleicht. Ich glaub, er fliegt so in die Richtung. Hä? Ach Gott, er fliegt da hoch. Wie lange er einfach unterwegs ist, ne? Ripsilia, warte, wo war's das mit Silia? Ist neben mir aufgeklatscht. Oh, no. Machen wir weiter. Tragisch. Das war doof. Egal. Fail. Passiert. Oh, es ist Nacht. Verdammt. Nicht Nacht, nein. Auf in den Kampf. Wieso ist jetzt Nacht? Sonst ist immer Tag. Ging die Quest schon so lange? Immer wieder sehr hübsch, wenn er in den Agro-Modus geht. Die Sonne ist wohl untergegangen, so scheint es wohl. Ich dachte nur irgendwie, dass jede Quest immer zur gleichen Zeit anfängt. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es halt mitten am Tag ist, aber auch leicht nicht. Das ist dein Ende. Das ist dein Ende. Es ist vollbracht. Hast du etwa... Ich kann nicht mehr... Ich kann nicht mehr... Au! Das hab ich so nicht kommen sehen. Jesus! Wie mies war das denn? Ja, das ist jetzt auch verdammt schwierig. Dankeschön! Miese Move. Was war das? Na, er hat so Explosionswellen unter sich gemacht. Aber die halt auch so... Ich war full live. Das waren starke Explosionswellen unter ihm. Gut, ich muss dazu sagen, ich hätte etwas... Au! Wenig Leben. Aber es waren diese... Und vielleicht haben wir uns dann zwei oder drei gleichzeitig getroffen. Wenn es dir so viel Schaden gemacht hat. Oh Gott. Ich bin hier sonst wo, aber wenigstens bin ich hier gerade mal sicher. Ich meine, ich hab gesehen, wir haben eine Kralle, nicht wahr? Yes! Nice! Das ist die gewesen. Okay, und die rechte. Oh, yes! Beide Krallen! Nice! GG! Sehr, sehr nice! Vielen Dank! Was machst du da? Hör auf, hier rum zu flattern. Ja, krass! Flattert einfach mal durchs komplette Gebiet durch. Warum ist es Nacht? Eben war es noch Tag. Ich, drei Jahre alt, mal wieder tiefgehend verwirrt. Ist doch einfach seltsam, dieses komische Tag-Nacht-Dinges. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön. Hey, flüge Feder. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Jetzt fliegt er erstmal wieder eine halbe Stunde. Ja, aber es ist echt uncool, weil ich will meine... Machen wir weiter. ...meine 5%-Buffs wieder haben. Ansonsten wäre es mir ja egal, welche Tageszeit es ist. Okay. Ich weiß nicht, ob das ein guter Teleport-Punkt war. Nee. Tatsächlich, äh, nee. Vielleicht wird's einer, wenn wir hier nochmal eins hinbauen. Kannst du das Ding echt nicht höher schießen? Oh, come on. Reicht das? Vielleicht. Mit einem guten Sprung. Vielleicht muss ich erstmal an die Leine ranspringen. Machen wir weiter. Okay, es reicht. Es bringt mir nur nichts, weil hier ist die nächste Wand. Super. Ich glaube, es ist sehr viel sinnvoller, einfach von hier aus zu gehen. Ja, durchaus. Definitiv leichter. Ich dachte, er geht in ein anderes Gebiet. Ich könnte mir vorstellen, dass er, bis ich da bin, dann gleich auch krepiert ist. Und wieder weg. Oh. Der ist ziemlich unterwegs. Machen wir weiter. Die Frage ist, wohin unterwegs? Wieder da nach oben? Das ist im Moment, wenn du dein Bier trinkst, um den nice 5% Alkohol-Buff zu bekommen. Bester Buff im Spiel, ne? Den kann man nicht verzichten. Hey, jetzt ist wieder Tag. Ich habe wieder meinen Buff. Yes. Nice. Oder dann war es eben die ganze Zeit nicht Tag, sondern frühmorgens oder so. Keine Ahnung. Jetzt habe ich meinen Buff. Da ist aber jemand. 10% mehr Blödsinn, minus 100% alles andere. Ist es wert. Definitiv wert. Das sieht auch schon ziemlich kaputt aus, ne? Okay. Das war mies. Da konnte ich nicht wollen. Wenn ihr so die Feuerstellen so schnell hintereinander macht, dann komme ich da... Komme ich da nie wirklich richtig durch. Dankeschön. Alles erledigt. Das sollte heißen. Hey, natürlich war es noch ein Schlag. Ist ja klar. Verzeihung. GG. Nice. Jetzt ist nur die Frage, bekommen wir noch mehr Krallen? Nee, schade. Okay. Dann brauchen wir noch mal einen. Na ja, immerhin haben wir... Immerhin haben wir zwei bekommen. Das ist schon mal sehr stark. Dann brauchen wir wenigstens nur noch einen weiteren. Du hast eine bekommen? Oh, okay. Du hast noch eine bekommen. Ich meine, tatsächlich war es egal. Weil ich hätte ja noch mal eine gebraucht. Also, solange ich nicht zwei bekommen hätte, hätten wir immer noch mal einen machen müssen. Deswegen bin ich da gar nicht mal so böse drüber. Aber ihr wisst, was das bedeutet. Bei den nächsten Quests bekommen wir dann vier Stück. Zwei gefarmt und zwei... Zwei dann von der Quest-Belohnung. Einfach, um mich zu trollen. Okay. Schöne Quest. Machen wir weiter. So, erster Schritt ist schon mal getan. Quest haben wir auch abgeschlossen. Wunderschön. Dann... Ja, gehen wir vielleicht nicht den an. Was ist mit dem? Wut erfüllt. Muss jetzt nicht sein für eine Feuerhaut. Ich glaube, dann machen wir den normalen. Ist, glaube ich, angenehmer. So, okay. Danach sollten wir es dann haben, wenn wir alles richtig machen. Hoffen wir mal. War heute übrigens beim Friseur. Uh, nice. Sehr cool. Ich hoffe, es ist gut geworden. Tut immer gut, ne? Zum Friseur zu gehen, ist immer eine schöne Sache. Dann macht er noch die mit einem Leben. Das wollte ich halt eben nicht machen, weil es doch ein bisschen gefährlich ist. Das Ding kann schon ziemlich ausrasten. Ich denke, das machen wir mal so extra als Challenge tatsächlich und nicht einfach als Farmfest. Weil ich will dann vielleicht nicht unter den Füßen bei ihm rankrebsen und versuchen, die Füße kaputt zu machen, wenn nur bloß ein Leben hat. Blut fehlt der Troll zu hart mit dem Wegrennen. Ich habe schon mehrmals 50 bis 70 Prozent der Zeit beim Hinterherrennen verschwendet. Ja, das ist furchtbar. Das ist richtig furchtbar. Da sind manchmal einfach auch komplett willkürlich das Gebiet wechselt, ne? Das ist so seltsam. Deswegen, äh... Na, ist schon komisch. Ich weiß nicht, warum er das so tut. Ich weiß nicht, warum er das so tut. Ach, und ich habe gerade was Interessantes herausgefunden. Wenn wir beide den Auftrag haben, wird die für die andere, für den anderen auch abgeschlossen. Weil ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass ich dafür Bericht abgeben kann. Oh, das ist cool. Ja, das ist super angenehm, ne? Sonst müsste ja jeder die Aufgabe auch immer für sich noch machen. Das wäre unschön. Wäre unschön. Gute Sache. Also, wenn beide den Auftrag gerade tatsächlich gerade aktiv haben, ne, dann kriegen beide den auch abgeschlossen. Das ist gut. Das ist definitiv gut. Ja, nice. Aber mal so nebenher einfach, äh... So einen Auftrag erledigt. Auch nicht schlecht. Okay. So. Jetzt sollte ich hier auch einen kleinen Tick mehr aushalten. Oh Gott. Schauen wir mal, was es hilft. Es ist vollbracht. Wie gefällt mir das? Oh, aua. Schauen wir mal. Ja, Maxi. Willkommen zu Steam. Schön, dass du dabei bist. Hallöchen. Willkommen, willkommen. Ich habe es getan. Ich habe das Spiel gekauft und kann nicht mehr aufhören zu spielen. Deine Schuld, Dragon. Für sowas bin ich gerne schuld. Sehr, sehr nice. Ja. Typisch Monster Hunter, ne? Das macht abhängig. Sehr, sehr schön. Coole Sache. Freut mich, dass es dir gefällt. Das ist halt das Allerwichtigste, ne? Dass es einfach Spaß macht. Ah, das sah aber interessant aus. Und für welche Waffe hast du dich entschieden? Oh, oh. Nein, meine Balliste. Oh, meine kleine Balliste. Hey, nice one. Ja, leider wirklich typisch im Haar. Ich bin nur ein wenig muffelig, wenn ich die Claw Blades noch nicht freigeschalten habe. Das scheinen die Duel Blades von Wild Hearts zu sein. Aktuell spiele ich also Nodachi. Ja, okay. Nodachi ist auch cool. Ja. Ist ein bisschen doof, ne? Dass du die zuerst nicht hast. Nice. Sehr schön. Aber. Sie kommen schnell genug. Und ich denke, es gibt immer gute Alternativen, ne? Warte. Habe ich es richtig gesehen? Hat er schon beide Clawen verloren? Nee, oder? Ich glaube nicht. Hast du Angst? Nee. Dann habe ich mich verguckt. Nur eine. Okay, okay. Sah zuerst aus. Ja, aber ich... Ich habe jetzt seine Krallen noch nicht perfekt studiert. Wie die eine Balliste nach oben guckt, die da noch übrig war. Oh. In voller Erwartung, dass er eines Tages zurückkehrt. Aber okay, dann passt das. So. Ich muss sagen, ich mag bisher alle Waffen aus dem Regenschirm. Ich kriege den Block nicht getimt. Und das ist halt super kritisch, ne? Und ja, verstehe ich. Deswegen habe ich sie auch gelassen zum Spielen. Ähm, ich habe damals gesagt, es ist eine Waffe, wenn du das Spiel wirklich mal richtig drauf hast und jedes Monster auch mal von den Timings gut kennst und so, dann kannst du die Waffe trainieren, finde ich. Weil dann kannst du wenigstens schon die Monster und kannst darauf dann halt eben, weißt du schon, worauf du dich einlassen musst mit den Timings. Aber den Schirm für ein neues Kemono ist halt so gruselig, ne? Das kann meistens halt nur schief gehen. Aber ja, generell sind die Waffen schon cool gemacht, muss man sagen. Ja. Oh, oh, yes. Wunderschön. GG. Starke Sache. Und wir haben ihn tatsächlich recht schnell weggefahren bekommen. Oh Gott, au. Okay, das war gefährlich. Wow, schicke Wand. Oder war das eine Balliste? Oder eine, ähm, wie heißt es denn? Ähm, Nabu, ne? Gegen die er crasht ist. Das ist dein Ende. So richtig, den krieg ich, den krieg ich. Komm, los, zurück. Dann wartet dich dein blaues Wunder, ja. Die war Agro, die Balliste, ja. Schön. Ah, es war so eine Wand. Okay, okay. Interessant. Pio. Pio. Dankeschön. Ach, die mit einer Sprungfeder. Ah, okay. Ja, das... Dann hat sie ihren Job getan. Ups. Das Eis ist vollbracht. Meine Müdigkeit steht mir beim Magnosum-Farmenweg. Ja. Müde ist Farmen generell eine ungute Sache. Funktioniert meistens nicht ganz so gut. Das Eis ist verletzt. Okay. Schick. Das Ding wird aber komplett fertig gemacht. Okay. Ja, ganz genau. Vorher fasse ich sie nicht mehr an. Mein Plan sind, Nodachi, Clawblade und diesen Stab zu meistern. Mal gucken, ob es klappt. Vielleicht zu einem Haar ist das Nodachi-GS etwas langweilig bisher. Ja. Äh, ja. Ich meine... War Großschwert in einem Haar nicht auch immer recht langweilig? Also was macht Großschwert in einem Haar spannender, sag ich mal? Als das Nodachi hier. Au! Wofür? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. So. Äh, okay. Big Hit. Also die mächtigen Zahlen, die du damit raushauen kannst. Also ja, schon, aber das GS in Hammerworld war toller. Da habe ich auch erst GS-Spielen angefangen. Ich mochte einfach diese neue Dreier-Kombo. Ah, okay, okay. Ja, ist interessant. Ja, ich mag es halt eben, dass es, ähm, dass es so auf eine andere Art Chargen ist, ne? Dass du ja halt das, dass Nodachi hier ja doch mehr mit diesem, mit diesem passiven Aufladen spielst und halt nicht unbedingt, äh, mit... Das war doof. Das war sehr doof. Ähm. Und, äh, und ja, nicht mit diesen Auflade-Kombos, aber... Aber ja, kann ich schon verstehen. Ich denke, die meisten Waffen muss man halt eben auch so als ihr eigenes Ding sehen, weil... Weil es oftmals schwierig ist, die beiden zu vergleichen, ne? Ups. Den Wellenheben-Rise mag ich auch sehr. Habe ich schon viel Gutes von gehört. Habe ich selber noch nie aktiv, äh, genutzt. Gutes gehört habe ich davon. Und das Nodachi ist halt sehr viel Aufladen und das dauert mir einfach etwas lang. Ist aber jammer, jammer noch hohen, Nivo. Ja, kann ich verstehen. Deswegen war es auch nicht meine Waffe. Wobei ich habe sie teilweise, oder kurze Zeit mal ein bisschen gespielt. Voll ins... Uh, voll ins Hirn. So, sehr schön. Ach, komm, Mann. Keine zwei Sekunden kann ich mal in ihm stehen. Goddammit. Dankeschön. Aber ja, jeder hat da so seine eigene... Ups. Seinen eigenen Stil. Hey, wie geht's? Guten Abend, RTU. Willkommen zu Steam. Schön, dass du dabei bist. Hallöchen. Ich will doch nicht streamen heute. Weil ich den Tag wach war und zu müde dafür bin. Oh, ja, okay. Oh, Mann. Es tut mir so leid. Ich bin gerade einerseits zu viel abgelenkt und andererseits nehme ich das Monster gerade nicht zu ernst. Das tut mir super leid. Ja, warum nicht? Furchtbar. Hey. Entschuldigung. Das war super unsinnig gerade eben. Dreimal draufgehen. Ja, okay. Danke schön. Darauf habe ich halt eigentlich gewartet, dass das Ding jeden Schlag umkippt. Hau ihn weg. So. Ah. Wunderschön. Sorry. Wie sorry? Gar kein Ding. Das ist, äh, du musst dich... Oh, zwei Feuerschnäbel. Holla. Du musst dich da nicht entschuldigen. Das ist, äh... Die Junge ist komplett entstellt. Ja, wir haben wirklich alles kaputt gemacht. Da liegen noch Items. Ich kann mich ja nicht bewegen. Ich will ja dorthin. Hahahaha. 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 So. Hahaha. Ja. Ja. Beide Flügel gebrochen. Beine gebrochen. Kopf gebrochen. Tail zweimal gebrochen. Ja, es ist echt krass gewesen. Da haben wir schon ganze Arbeit geleistet, definitiv. Nee, aber von wegen nicht schnell genug, Silja. Nach dem dritten Tod kannst du das einfach gar nicht mehr retten, würde ich sagen. Deswegen, ja, keine große Sache. Okay, wunderschön. Hätte ich die Wand aufgestellt. Ja, hätte man machen können. Ich will das Zeug verbrauchen. Dann verbrauche es. So verbrauche er es. So, wir können auch unser Zeug verbrauchen. Nice. Ungebunden, das da und das da. Ja, perfekt. Kann ich ja nicht, warum nicht? So. Ach so! Du hast übrigens mittlerweile 110k. Ich dachte, du meinst das Vogelzeug. Das Zeug. Ja, das kannst du tatsächlich nicht verbrauchen. Das tut mir sehr leid. Das ist fies. Das ist auf jeden Fall fies. Ich hoffe, das wäre ja schön, wenn da bald was kommt. Arsenal ohne Gleichen. Oh, weil wir jetzt die eine, wie viel sind das? 2-4-6-Sterne-Waffe haben. Nice. Chief Mad. Sehr schön. Okay. So. Wunderbar. Prima. Der komische Hahn sieht mega schön aus, wenn er nicht unbedingt solidiert ist, wie der gerade eben. Diesen komischen Hahn nennt man in Fachkreisen auch ein Pfau. Aber ja, er ist schon sehr hübsch. Im normalen Zustand. Schön. Aber ja, RTO, ich hoffe, dass es dir dann mal an einem anderen Tag besser geht, wenn du das Stream nachholen kannst. Muss man dann einfach auf einen anderen Tag verschieben, wenn es dann besser läuft, ne? Ich drück, äh, ich drück dir die Daumen. So. Hast du deinen Angriff nicht gerade, ähm, nicht gerade verringert? Äh, äh, naja, ja, schon. Also, ich hab Feuerelement dazugefügt. Könnte ich, äh, könnte ich jetzt auch wieder rückgängig machen, aber ich bin gerade auf Feuerelement gegangen, deswegen. Äh, deswegen ist jetzt mein Schaden gerade runtergegangen. Ähm, da war eh gerade Farmen. Und dann ist es, glaube ich, nicht relevant. Und, oh Gott, vier Schweife. No. Und es wären drei, wenn ich dran gedacht hätte, den Schweif mitzunehmen. No. Hier haben wir wenigstens das meiste Zeug schon. Also, wenigstens müssen wir denen da nicht mehr viel farmen. Äh, ja. Ich hab trotzdem eine Frage bezüglich Stream. Wie tut man eigentlich Raiden? Du gehst in deinen Twitch-Chat. Und dort kannst du ja verschiedene, äh, Commands eingeben. Zum Beispiel kannst du auch Leute bannen direkt über den Twitch-Chat und so. Und da gibst du einfach Forward Slash, dann Raid ein. Und dann den Namen des, äh, des Channels, den du raiden möchtest. Und, äh, wird aber auch, also wenn du schon so ein Forward Slash eingibst, dann siehst du auch schon die ganzen, äh, die ganzen möglichen, äh, die ganzen möglichen Commands, die du dann halt eben eingehen kannst. Und sobald du dann halt eben schreibst, zeigt er dir auch, was es für Möglichkeiten gibt. Da ist es dann, äh, recht, recht einfach. Hauptsache, der erste Command in Dragonaird ist Bann. Ja, man muss ja wissen, wie man ungebetene Gäste wieder losbekommt. Ach, schön. Forward ist der Pfeil, oder? Nee, Forward Slash. Das ist, äh, das, was, äh, was Kodama geschrieben hat. Also, das ist das da. Äh, nein. Nein, ich möchte nur das da senden. Twitch, please. Das da. Habe ich das jetzt gesendet? Ich habe es nicht gesendet. Marcel hat mich mit einer Person geradet. Yay! Kann ich kein Forward Slash senden? Ja, dankeschön. Das da. Das ist, ähm, oberhalb von der sieben. Also, wenn du die sieben, äh, das da, nur andersrum. Ja, das macht's überhaupt nicht kompliziert. Das ist ein, weil er nach vorne steht, ne, ein Forward Slash. Das ist, das andere ist ein Backward Slash, weil er nach hinten steht. Und das andere ist ein Forward Slash. War mal wieder ein Dominanzmoment von Dragon. Der braucht diesen, diesen Angriff nicht. Wieso hast du keinen Raid Alert? Ich weiß es nicht. Lass mich. Oh, magische himmlische Drachenkugeln. Das gibt es, cool. Ähm, das muss geändert werden. Das muss definitiv geändert werden. Ähm, haben wir noch eine Quest mit einer Zederngeißel? Sollen wir eine Zederngeißel schnell machen? Okay, also das hier, genau das da. Sollen wir schnell eine Zederngeißel machen, Xamorok, dass du besser Teile brechen kannst? Wer dir das wehrt? Weil ich meine, eine Zederngeißel geht ja schnell, ne? Sollen wir das schnell machen? Ja. Ja, okay, du hast es selber noch geschrieben. Ja, perfekt, perfekt. Okay, passt. Zederngeißel, komm sofort. Wie folgt her. Gut, dass wir selber, oder, dass wir weiter über dieselbe Sache nachgedacht haben. Nur ich den Chat nicht gelesen habe. Äh, schön. Ähm, aber ja, sobald du, sobald du das dann in den, äh, in den Chat eingibst, also in deinen Chat, und dann siehst du auch schon die ganzen Sachen. Und wenn du dann auch schon R tippst, dann ist Raid das Erste. Wenn das passt dann. Und dann Namen des Streamers und Enter richtig. Ähm, du gibst das Zeichnen ein, den Forward Slash, dann Raid, dann Leerzeichen und dann den Namen des Streamers. Und dann hast du's. Das, äh, das ist der Weg. Äh, so. Genau. Ähm, okay, danke, kein Ding, kein Ding. Es muss geändert werden, es muss dringend geändert werden. Ich weiß, das ist, äh, äh, schwierig. Hast du eigentlich schon vom himmlischen Drachen und Geschöpf das Zeug durchgelesen gehabt? Mit Zeug meinst du die, die Bios? Nein, hatte ich nicht. Gab's da Bios? Oh ja, da gab's Bios. Interessant. Nee, hab ich tatsächlich nicht. Wenn ein Kemono den Tod findet, äh, rottet, äh, rotten sich die Tokoyomushi, Ewigkeitsfalter, zusammen, um die zerfallende Kreatur gen Himmel zu tragen, wo sie in Form von Regen zurück zur Erde fallen und neues Leben hervorbringen kann. Oh. Dies ist das Schicksal der Kemono. Und der Hüter dieses schicksalhaften Kreislaufes wird auf dem Gipfel des heiligen Berges verehrt, wo sich Himmel und Erde treffen. In der erhabenen Form des himmlischen Drachen, des Orochi. Oh. Orochi. Doch, Orochi, ne? Ah, ja. Okay. Das ist cool. Das ist sehr cool. Spannend. Dass es dann so ist, deswegen der Regen? Durch den erstarrten Naturkreislauf stagniert das Leben und versinkt in den Tiefen des Vergessens. Alles wird vom Regen fortgespült, sogar die Hoffnung selbst, wenn nicht das Schicksal noch gewendet werden kann, bevor es zu spät ist. Doch ist das Auge des Sturms der Mensch oder die Kemono, die Summe aller Existenzen durchwirkt wie Fäden, eine, ähm, die Summe aller Existenz durchwirkt wie Fäden eine einzelne Saat. Dies ist die letzte Jagd. Uh. Nice. Sehr, sehr cool. Ich dachte, Orochi ist die Schlange. Naja, der Drache. Der Drache ist die Schlange. Das hätte dann schon mal 55% Partbreak. Es gibt noch 15% im Baum zu kriegen, aber das bräuchte mehr. Okay, ja, aber ich mein, schon mal 15% mehr ist ja schon mal ordentlich, ne? Das Ding ist doch quasi eine halbe Schlange. Naja, ich mein, asiatischer Drache, ne? Und wenn's den Mund zu hat, sieht's halt aus wie ein Wurm. Halb Schlange, halb Drache, halb irgendwas. Juhu, Ibushi und Nawa-Time zum Farmen. Wird cool. Ich drück die Daumen. Viel Erfolg. Okay, ja, aber das ist hochinteressant. Definitiv. Brauchst du eigentlich immer noch den Geisselnitz bei der Zehnergeißel? Ähm, wahrscheinlich. Also, an Silia gerichtet. Okay, let's go. So, Dark Souls. Ach so, halb Schlange, halb Drache, halb Dark Souls, oder wie? Du brauchst Bart. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Ne, bloß wegen, wegen der Frage von, von Marcel, ob du immer noch den Geistesblitz brauchst. Wahrscheinlich schon, denk ich mal. Der Drache heißt eigentlich Long. Bestimmt. So, da hinten. Perfekt. Hey, Roshikirin? Das ist doch ein Einhorn, ne? Ist ein entferntes Verwandter. Hm. Nee, DS-Lore ist, ähm, sagt dir, Schlangen- und fertige Drachensinn. Oh, ja, okay, stimmt. Das, darauf war's bezogen. Yeah, yeah, richtig, richtig. Stimmt ja. Hm, was wollte ich tun? Ich wollte essen. Ihr schafft das schon, wenn ich angreife, ist der wahrscheinlich tot, bevor der Bart Schrott ist. Das ist auch eine Methode, sich aus dem Kampf rauszuhalten. Ah, ich bin zu mächtig, macht ihr das mal. Ich mach kurz duschen, komm gleich wieder, okay. Du weibst im Jäger-Bart. Sehr gut. Au. Das ist eine gute Frage, wie wir an den Bart kommen. Wenn das Ding Schrott ist, komm ich auch zu euch. Ah, ich glaub, der kommt zu dir. Hier läuft. Es ist so gut. Äh, so. Deutsche Drachen heißen kurz. Hm. Ja, der schickt uns einmal über die komplette Map. Oh Gott. Okay. Stehen geblieben. Wir brauchen nur deinen Bart. Mehr nicht. Der wächst wieder nach. Einfach nur stehen bleiben und Bart geben. Es wird alles gut. Das muss nicht furchtbar enden. Oh Gott. Wo bin ich jetzt? Der ZD braucht einen Geistesblitz. Ich weiß nicht mal, ob die Möglichkeit da vorhanden ist. Ich weiß weder den Angriff noch, ähm, noch, ob die richtigen Baselkarakuri da sind. Die müssen ja, glaub ich, für sich entscheiden. Woher kommt diese Rolleangriff die Hand vor? Jedes zweite kleine, ähm, jedes zweite kleine Monster oder kleineres Monster. Oh mein Gott, Frosch aus Monster Hunter kann das. Ich würde mal sagen, am ehesten kennt man's von Königsludroff. Denk ich mal. War's der? Kein Bart. Oh, Bart. Ich glaube, Bart. Au. Nee, Horn, verdammt. Ähm. Also du meinst den seitlichen, oder? Oder meinst du den, äh, au. Den nach vorne. Ich mein, der nach vorne ist halt Urgaan. Und der seitliche mehr Königsludroff. Yes. Nein. Wir sind so schlecht. Okay. Ich glaube, wir sind gut. Yes. Bart. Nice one. Okay. Wir sind gut. Satz erst aus, als würden wir alles brechen, außer das. Das ist nichts. Oh. Nein. Das war so knapp. Schade. Es war so knapp. Hätte noch ein bisschen länger gewartet. Also Marcel, du kannst, äh, offiziell rankommen. Bart ist ab. Jetzt gibt es nichts mehr, was das Ding beschützt. So. Das sieht sehr lustig aus von hier. Einfach eine Silhouette, die da rumschwebt. Sehr gut. Da ist aber jetzt. Oh, weniger nice. Äh, sticky Zeug. Okay. Oh, mehr sticky Zeug. Okay. Oh Gott. Und Long ist, glaube ich, nur die Bezeichnung für Drache im Generellen, im Chinesischen. Hat sich somit auch für traditionell chinesische Drachen, also keine Flügel, Schlangenkörper und Beine und Fellen, meistens, in anderen Sprachen eingebürgert. Ich glaube, ich glaube, ist untertrieben. Ach so, du weißt, dass es so ist. Ja, ja, okay, okay. Äh, ja, ja, ja. Das ist schon so. Verwirrung. Ja, große Verwirrung. Aber ich stimme dir meines Wissens nach zu. Was ist ein Stream ohne eine gute Verwirrung zu haben? Nice. Tschüss, tschüss. Wunderschön. Geistesblitz nicht bekommen. Na. Ich weiß nicht mal, was das für ein Angriff ist, den du brauchst für den Geistesblitz. Habe ich gar nicht mehr im Kopf. Nice. Verwirrung. Padek. Keine Padek. Alles wird gut. Einfach alle die Ruhe bewahren. Ey. Dieses Kistenwerfen ist aber so witzig. Oh Gott. Warum bin ich in die Hocke gegangen deswegen? Das sah gruselig aus. Okay. Sehr schön. Tschüss, tschüss. Alle Panik. Da hinten werden Schmiede gewesen, aber passt. Passt auch so. Sehr schön. Dann beginnt jetzt der große Spaß. Zu weit weg, ja. So, du wartest dann mal. Worauf wartest du? Bis wir den Drachen gemacht haben? So geht das nicht. Oh nein. Seid ihr bereit? Sehr gut. Ne, bis du die Quests ausgewählt hast. Ja, okay, okay. Da kann man definitiv mal schnell in einem Bad warten. Verstehe ich. Was gibt es Schöneres, als einfach entspannt in so einem Bad auf die nächste Quest zu warten? Hm. Juhu, sechs Sterne Überschlange. Ja. Wird spannend. Wird sehr, sehr spannend. Kommt davon, wenn man das erste Buch, was du mir jemals von deinen, ähm, was du dir jemals von deinen Brüdern ausleist, 500 Seitenwälzer über Dracheneigenschaften und Artenes und du es studiert hast. Okay, okay. Nice. Wow. Das war cool. Ich mein, kommt immer wieder, ähm, oh Gott. Schade, man kann einen nicht wegschleudern. Das wär cool. Aber ja, das Wissen kommt immer wieder zugute. Wirf mich. Das hat irgendwie nicht so funktioniert. Oh Gott. Ich bin in den Blöcken. Ah! Oh Gott. No! Sieht sehr ungemütlich aus. Ah, schön. Bei Schlangen muss ich leider immer an die, die Zelda-Schlangen-Gegner denken. Die heißen halt leider ungelogen einfach Rope, also Seil. krasse Gegner. So gut. Ja, das ist, war aber glaube ich häufiger so, aber gerade Zelda-Gegner haben teilweise echt dumme Namen. Zur NES-Zeit ist das glaube ich sehr häufig der Fall gewesen. insgesamt 74% Part-Break. Wow! Das ist richtig krass. Nice. Äh. Hm. 74% Part-Break ist wie gesagt wirklich richtig heftig. Starke Sache. Das ist so witzig, dass das Zeug dann einfach unter dir wegfliegt, ne? Gibt's ne Rüstung mit Part-Break? Nicht, dass ich gerade eben wüsste. Gut. Glaube nicht. Ich hab mir jetzt nie alles ganz genau durchgeschaut, aber ich könnte's mir jetzt gerade nicht vorstellen. Also ich hätte es jetzt gerade überhaupt nicht im Kopf. I have the power! Das war glaube ich immer noch auf den Waffen drauf. Sieht jetzt nicht unbedingt danach aus. Ne. Zumindest nicht bei den oberen Ich glaube, da musst du bei den 74% bleiben. Anders wird das nichts. Aber ich denke, ich denke, die 74% werden schon sehr viel reißen. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Nice. Okay. Let's go! Sehr schön. Let's go! Cut a tail! So ist es richtig. Ah ja. Stimmt aber an die Dinge. Zeit für mehr Langeweile? Mal sehen. Mal sehen wir Multiplayers. Dachi! Mal sehen. Nach 8 Mal ist es nur noch Langeweile. Ja, das kann ich verstehen. 8 Mal ist halt definitiv auch schon eine sehr heftige Zahl für den Boss farmen. Und das ist weird. Was ist weird? So. Au. Da war was. Oh, und da war was. Ich hab nicht gegessen. Oh, Gott. Bei mir ist das Licht in seiner Endform. Das Licht? Was? Beziehungsweise von seiner Endphase. Ach so! Du hast dieses blaue, dieses blau-grüne und hellblau. Das hast du. Okay. Das ist ja richtig seltsam. Was zur Hölle. Hard buggy. Das ist eigentlich nicht normal. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. in den anderen achtmal war es normal. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, dass das nur in der Endform passieren soll. Hm. 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 Es ist vollbracht. Das sollte helfen. Oh. So lange halt die Schweifpeitsche auch nicht macht, ne, kannst es halt vergessen, auf den Schweif zu gehen, wo wir gerade von Schweifpeitsche reden. Nice. Schaden. Alles Ende. Das sollte heißen. Theo. Oder nee, es wird langsam heller, bei mir war es bloß einfach Nacht. Ich habe aber auch noch nie gesehen, wie es hier nachts aussieht. Also außer halt von dem, von dem, äh, von dem Endbuff. Aber dann war es bei dir eine andere Tageszeit als bei uns, das ist ja auch komisch, oder? Ganz seltsam, wie das, wie das manchmal funktioniert. Ja, ich glaube nicht, dass ich da reintreten will. Ich will gar nicht auf das, was eventuell gleich kommt. Ja. Nee, das ist ein Laser. Da will ich auch nicht reintreten, aber... Nicht so schlimm wie das andere Zeug. Ich dachte schon mal, wir können den Schweif angreifen. Hi. Guten Tag. Nee. Warum willst du da nicht reintreten? Sagt auch so schön hell aus. Ja. Ich bin nicht so der helltyp. Ich mag es lieber ein bisschen dunkler. Oh Gott. Oh Gott. Schleiffeitsche. No. Nee. Nein, ich mag das nicht. Das war ein dummer Angriff. No, sind ja auch. Okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ich mag es auch lieber dunkler, aber da es seit Oktober gefühlt durchregnet, fange ich langsam an, die Helligkeit eines Stromlasers zu vermissen. Verstehe ich. Oh Gott. Au. Bei mir war es tatsächlich heute echt schön. Also kalt, aber die Sonne kam heute schön raus. Hat definitiv mal wieder sehr gut getan. den großen hellen Ball da oben zu sehen. Lange her. Okay. Basenwechsel. Au. So. Ungelogen. Meine ganze Familie hat heute Sonnenbilder in der WhatsApp-Gruppe geschickt. Und ich gucke aus dem Fenster alles grau. Ja, das ist mies. Das einzige Fleckchen, wo... Wo kein... Wo es nicht schön war. Keine Sonne da. Ach. Gleich wieder muss Tabletten nehmen. Okay, kein Ding. Kein Ding. Kein Ding. Oh mein Gott. Ich werde dich genau jetzt weggehauen. Oh, wo ist dein Schweif denn? Ist das schon dein Schweif? Das ist dein Schweif auf jeden Fall. Nee. Bei mir hat's geschneit, aber das, äh... Das mit für kurz. Bei mir hat's so die Nacht durchgeschneit. Also, nicht... Auch nicht wirklich heftig, aber so ein bisschen. Aber dann... Wurde schnell auch wieder besser. Es ist vollbracht. Wie gefällt dir das? Alles Ende. Genau. Okay. Hey! Sehr schön. Verkundschaft. Nee. Schade. Kein Schweif für uns. Ich habe die Gliedmaße abbekommen. Uh, nice. Sehr cool. Die Gliedmaße sind einfach seine Arme. Schätze ich mal. Nice. Gliedmaße. Sehr schön. Dankeschön. Die war auch wichtig. Ja, okay. Aber dann auf die Arme hauen. Ich glaube, die hatte ich aber auch teilweise wegbekommen gehabt. Uh, hi. Was geht? Hahaha. Gerade fertig mit der Jagd, gucke auf den Handyscreen und sehe eine riesige Holzschlange. Dachte mir so, ich bin froh, dass ich das nicht erlegen muss. Hahaha. Kann man durchaus sein. Ah Gott, das war ein Stein. Ich dachte, das wäre, also ich wusste nicht, dass es ein Angriff ist. Es sah mehr aus wie Deko. Uh. Nice, nice. Äh. Okay. Bin ich okay? Oh. Gott, wenn der Scheif nicht so ewig lang wäre. Yes. Nice one. So, den schneide ich jetzt sofort auf. Ich habe keinen Bock mehr auf das wie letztes Mal. Dankeschön. Vielen Dank. Oh, ganz vergessen. Oh, Maxi. Vielen lieben Dank für die Hüste-Scription. Sehr, sehr freundlich von dir. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank für die 17 Monate. Das ist super lieb von dir. Uh. Au. Ich habe nicht mal gesehen, wo das Ganze herkam. Oh, der Stein. Ja, der Stein ist unbüglich. Hm. Uh. Ich glaube nicht, dass mir das gefällt, was hier passiert. Hör auf zu winden. Nice. Wir lassen ihn einfach nicht winden. Das ist sehr gut. Okay. Mehr Gliedmaßen? Nee, Schuppe. Okay. Schuppen sind auch nicht verkehrt. Brauchen wir auch noch. Alles gerne gesehen. Das ist verletzt. Okay. Wechsel. Ja. Ja. Dann, Maxi, von deinen Recycruption bekommst du noch deinen Recycruption-Kochsaun. Vielen lieben Dank dafür nochmal. Sehr, sehr lieb von dir. Erst gleich Schnee, dann wurde das in ein paar Sekunden stärker und nach zwei bis drei Minuten hat es wieder aufgehört. Dann schien die Sonne. So richtig ist Aprilwetter heute. Ja, es ist schon so, ne? Das Wetter ist irgendwie eine Woche zu früh dran. Das Wetter denkt schon, es wäre April. So, ich sehe zwar nichts, aber, ja, ich kann ihn wenigstens bekämpfen. Ich mache Schaden. Das ist schon mal das Wichtigste. Nice. Au. Letzter Phasenwechsel. Jo. Okay. Hau raus. Bam. Sehr schön. Oh. Ja, schade. Er erinnert mich etwas an Nakekos, nur schöner. Ja, ich meine, geht so ein bisschen in die Richtung, ne? Oh, hier brennt alles. Okay, das da nicht mehr. Das hat... Aber ich war außerhalb der Reichweite. Was zur Hölle? Als ob das immer noch Schaden gemacht hat. Das ist richtig weird. Das schaut aus. Oh, dass ich da alles nicht getroffen habe. Okay, bye. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal, Drache. April, April, April ist zwar noch nicht da, aber er macht trotzdem, was er will. So sieht's aus. Juckt doch den nicht, wann wir denken, wann er prell ist. Bei mir hat's ungelogen gestern sieben Mal geschneit, aber auch immer nur so für fünf bis zehn Minuten. Richtig abfakt. Das ist so weird. auf jeden Fall. Mega Laser. Und... Wiii. Schön. Es sieht sehr nice aus. Wie der einen langen gewackelt kommt. Das sollte er helfen. Das ist halt wirklich aber weißt, was da ist mit noch ein Megaboom? Ja, auf jeden Fall. 1 zu 1 derselbe Angriff. Dürfte ich vielleicht nicht weggepustet werden? Scheinbar nicht. Hörst deine Schmetterlinge nach mir zu schicken. Hör auf, Feuer nach mir zu schicken. Schick aber gar nichts mehr. Wäre besser. Nicht die Glitze. Okay. Wir sind nicht mehr entangled. Das ist gut. Piu. Voll auf die Schweifspitze. Gerade eben der effektivste Schaden, den man irgendwie machen kann. Gefühlt. Ich komm nicht an dich ran. No. Ja, das Eis hab ich jetzt definitiv auch nicht gebraucht. Ich hab kein Heilwasser. Das ist natürlich irgendwie uncool. Ich bin schon wieder entangled. Ah. Fluff. Oh. Nice. Das wird nicht gut ausgehen. Ich dachte, er geht vielleicht drauf. No. Ich hab gedacht. Oh. Ich hatte die Hoffnung, dass er vielleicht drauf geht. Goddammit. Bekämpft an meiner Seite. Dankeschön. Vielen Dank. Wieso wird man mit dem Atem eigentlich weggeschoben? Ich hab keine Ahnung. Das ist eine Frage, die mein Wissen sehr weit übersteigt. Das ist ein ziemlich krasser Holzwurm. Ja. Ist ja auch ein legendärer Holzwurm. Yes. GG. Holzwurm. Down. Ah. Ich bin in ihm. Hilfe. Hey. Perfekt. Die Hinterbeine geben auch noch Gliedmaßen. Oh, ja. Okay. Das ist noch ein drittes. Oh Gott. Zu viele Gliedmaßen. Oh, ja. Da hinten seh ich's. Nice. Ich brauch mehr Schweife. Kannst du irgendwo noch mehr Schweife von ihm finden? Gliedmaßen jucken mich eigentlich nicht so sehr. Hey. Zwei Schweife. Yes. GG. Nice. Nice. Yes. Ah. Oh mein Gott. Sehr schön. Uh. Du hast auch zwei bekommen. Nice. GG. Das macht das Farmen sehr viel angenehmer. Ich dachte jetzt echt, dass wir ihn viermal farmen müssen. Das wäre sehr tragisch gewesen. Gott, ist der Kampf langweilig. Ich mein, ich hab auch zwei bekommen. Okay. Oh, dahinten ist noch ein Shiny. Shiny. Hey, Gliedmaßen. Hättest du jetzt bloß deinen ersten gelootet, dann wären wir fertig. Ich denk doch nicht dran, den zu looten, wenn die Quest dann weitergeht. Goddammit. Da denk ich doch nicht dran. Dann denk nach. Fällt mir schwer. Ich muss übrigens die Quest abgeben. Einen Moment. Wie weiß Afi? Ja, ich weiß. Da hab ich auch nie nachgedacht. Braucht der Zweite auch noch den Schweif? Nein, nein. Die Zweite war, verbraucht den Schweif zum Glück nicht mehr. Die braucht andere Sachen. Das ist das Schöne. Aber ja, der Kampf ist halt, es ist halt sehr viel rumgefliegen. Das ist, du kommst ihm halt nie hinterher. Das ist das, das Schlimme dran. War das halt einfach so lange drauf, dass, dass er sich mal endlich blicken lässt. Machen wir weiter. Imaginen acht Schweife. Ich würde kotzen. Das wäre definitiv furchtbar. Lady. Ich hab Dinge gemacht. Es ist, als ob der Wind den Klang des Lebens von allen Seiten zu mir trägt. Hm. Vielen Dank. Dank eurer Hilfe haben sich die Regenwolken in meinem Kopf nun gelichtet. Das klingt gut. Habt ihr sie kaputt gemacht? Mach mal die Wand weg. Ich glaub, ihr habt die... Okay. Doch nicht. Die Weisheit der Jagdglieder voll erschließt. Sinken anmutig in aller Stille und friedvoller Ruhe herab. Tanzen geleitend in des Windes Hand. Sanft wie Wolken im Abendlicht. Bis die Erde sie liebevoll willkommen heißt. Menschen, Kemono und alle Lebewesen kommen und gehen. Doch das Leben selbst hat kein Ende. ist es einmal fort, kehrt es zurück. Die Zeiten mögen sich ändern. Orte mögen sich ändern. Absolut alles mag sich verändern. Aber wir leben trotzdem weiter. Das ist der wahre Sinn hinter all den Jagdliedern. Ich nehme mir das zu Herzen und werde versuchen, mein Leben voll auszukosten. Und ich werde all jenen, die mir nachfolgen, diese Lieder lehren. Und ihr Jäger seid der Inbegriff dieser Lieder. Deshalb werden sie auch nie vergessen werden. Okay. Na also. Das war sehr weird. Aber diese ewig lange Pause. Ich weiß nicht, ob die von der Wand hier kamen. Okay. Sehr schön. Sehr gut. Da haben wir jetzt die Jagdzugabe. Prima. Der redet so Zeug wie ich, wenn ich betrunken bin. Klingt spannend. Okay. So. Kann ich nicht. L1 funktioniert nicht. Oh, okay. So. Die Jagdzugabe. Die können wir dann gleich auch nochmal machen. bekommen wir mehr von den Kügelchen. Wenn du mit mir redest, kann ich nichts mit Karakuri machen. Ja, das ist... Das ist sehr spannend. Haben sie bestimmt aus gewissen Gründen gemacht. Dass hier nicht alles kaputt geht. Wenn du mit jemandem redest. Okay. Dann machen wir den nochmal. Wenigstens bekommen wir die Drachikugeln. Können wir uns die Rüstung irgendwann machen. Wobei nicht bei dir. Aussehen anpassen. Das hier kann ich herstellen. Trefft eure Wahl. 13! 13 sind so viele. Oh, Gott. Hier, die anderen brauchen 11. Die Brust braucht 13. Jesus! Ja, gut. Das... Glaube ich nicht, dass es was wird. Drakonenrückenschutz. Warte, du musst die normale Rüstung auch haben. Das ist interessant. Das ist auch doof. Ja, okay. Okay, ja. Ja. Das ist ein bisschen doof, muss ich sagen. Nee. Ja, gut. Dann wird das so schnell wohl nichts. Oh, Gott. Es sieht sehr weird aus, wie du da durch die Sachen durchblätterst. Und einfach immer wieder aufflackerst. Ich bin die Sprungfeder. Ach je. Na gut. Bring was hinter uns, ha? Machen wir den Drachen nochmal, dann. Lieber trinken lassen, als den Drachen machen. Nieder damit. Okay. Let's go. So. Das Schöne ist ja, dass wir das wirklich nur noch einmal machen müssen. Das ist ja immerhin die gute Sache. Leider ist das keine Opzion. Wieso ist das Ding so öde? Ja, ich meine, ist halt ein Bossmonster, ne? Wird's das auch gar nicht so als Öl bezeichnen, ja? Der Kampf braucht halt lange, ne? Das ist schon so. Er ist jetzt nicht super, super aggressiv. andere Frage ist eher, wieso braucht man ihn so häufig zu farmen. Das ist halt eben das andere Ding, nicht wahr? Die meisten Dinge fangen erst dann an, schlimm zu werden, wenn du sie bis zum fünften oder sechsten Mal machen musst. Ich glaube, man kann den Telslam recht gut baiten. Oh ja. Wenn du da einfach komplett weit von ihm wegläufst, oder wie? Aber weit von ihm wegstehen. Möglich. Ich würde auch sagen, dass es bei mir damals häufiger gemacht hat. Okay, gut. Der ging jetzt auf Silly, ja? Und. Ja, keine Ahnung. Könnte aber sein. Also, sicherlich. Also, es ist ja auf jeden Fall ein Angriff, der für weit weg gedacht ist, ne? Das absolut. So, da bin ich wieder frisch geduscht. Sehr schön. Schön, dass du wieder da bist, ne? Aber es geht. Ich dachte nicht, dass du da erstmal eine Minute lang den Boden rumkriegst. Piu! Oh Gott. Nein! Schade. Ich habe teilweise das Gefühl, der macht den Tail-Slam dann, wenn er Bock darauf hat, den zu machen. So wirklich baiten kannst du den nicht. Ich glaube, der macht die Rutsche oder den Slam. Ja, aber jetzt hat er den irgendwie auch in eine ganz andere Richtung gemacht, ne? Okay. Das sind nur ein paar Steine. Kann schon sein, dass dahin eine Strategie steckt, aber manchmal wirkt es auch immer nur sehr random. Nice. War auf jeden Fall schon guter Schaden. Okay. Krasenwechsel. Oh, das hat meine Hauptpunde kaputt gemacht. Schade. Ne! Hä? Sie hat nur sehr lange gebraucht, um zu schießen. Wird. Hey! Au! Nein! Nicht das schon wieder. Ach, das war deine? Oh, okay. Ja, dann ging meine kaputt. Okay. Kam aus derselben Richtung. Deswegen dachte ich zuerst, es wäre meine gewesen. Buddy Slam. Okay. Okay. Ja, jetzt, wenn er halt schon in der zweiten Phase ist, dann macht er halt viele verschiedene Sachen. Oh, oh, er bricht zusammen. Ja. Nice. Die Frage ist jetzt nur, kommen wir jemals rechtzeitig zum Schweif? Natürlich nicht, wenn er ihn auch noch so dumm zusammenkringelt, ne? Okay, ich habe teilweise nicht getroffen. Die Hitbox von dem Schweif war teilweise ein bisschen komisch. Guten Abend, Nico. Willkommen zu Steam. Schön, dass du dabei bist. Hallöchen. Das ist doch geil. Ah. Voll ins Gesicht. Sehr gut. Ich weiß nicht, wieso. Ich kriege von dem Vieh ganz böse Baumgeist-Flashbacks aus Elven Ring. Hab ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber ist richtig, ja? Er hat definitiv heftige Baumgeist-Vibes. Ach, schön. Das ist einfach nur ein uralter Baumgeist. Weißt du, was du dich vorbereiten kannst im DLC? Der gelbe Laser macht das nicht unbedingt besser. Keine Sorge, entspalt der Feuer. Von welchen Modus in MRIs bekomme ich die Ursprungskugel? Das müsste von der Allmutter sein. No. Allmutter Nama. Wenn ich recht überlege. Das könnte sehr problematisch werden. Ich würde rennen. Das war doof. Feuer ist natürlich besser. Aber dass ich mit dem ich Elven Ring nicht spiele, muss ich mir den Spaß auch nicht geben. Ja, immerhin. Das ist so ziemlich der einzige Vorteil davon, nicht Elven Ring zu spielen. Sonst kenne ich da recht wenige. Oh, das war komisch. Nice. Ich wollte gerade sagen, wieso treffe ich nicht? Nice. GG. Yes. Schweife komplett. Ich glaube, damit haben wir alles, oder? Von ihm? Wir brauchten Schuppen, aber ich glaube, die haben wir bekommen. Schuppen sollten jetzt auch nicht das Schlimmste sein, hoffe ich. Dann müssen wir vielleicht, glaube ich, mehr in sein Gesicht. Ich glaube, sein Gesicht gibt Schuppen, nicht wahr? Einfach mal nachlesen während der Quest. Schuppen sind vier, die gibt's am Bauch. Okay. Ach, das da. Geht's doch spät, dann bauen wir das und bauen das Teil, dann gehen wir raus. Ich weiß halt nicht, ob ich die Schuppen habe, das ist das Problem. Also, lieber nicht. Lieber nicht. Nachher, es gibt noch ein besonderes Schuppe an einem unerreichbaren Punkt während dem Rage-Mode. Wäre typisch. Au. Naja, okay. Nein, meine Balliste. Also, meine Harpune. Harpunenballiste. Du hättest alles mit mir machen dürfen, aber nicht die Harpune kaputt. Au, was passiert hier? Oh mein Gott. Du darfst aufhören, mich durch die Gegend zu sprengen. Das wäre sehr freundlich. Ich weiß nicht mal, was mich getötet hat. Jesus, Dankeschön. Hey. So, sind das die Schuppen? Nö, doch. Jetzt sind das die Schuppen. Yes. Wir haben es auf jeden Fall kaputt gemacht. So, noch mal in Gliedmaße. Schuppen. Yes. Das Ding schuppt. Vier Schuppen. Ich glaube, das reicht. Ich hoffe es. Ja, ich sollte aufhören, die Sachen hier zu bauen. So, jetzt können wir deswegen ja auch gut Damage drücken. Jetzt haben wir ja alles kaputt gemacht. Nee. Das Design ist schon nice. Ja, ich mag den Boss. Auf jeden Fall. Ja, vier Schuppen. Nice. Okay. Dankeschön fürs Nachschauen. Perfekt. Nein, ich bin definitiv gerade zur Schmiede gerannt und bin im Camp. Habe ich mir beinahe schon gedacht. Als ich es plötzlich so spezifisch sagen konnte. auch wenn es ein Baum ist, die Anordnung der Äste auf dem Rücken wirkt ein bisschen wie Knochenrücker was total nice ist. Definitiv. Also ich mag ihn auch sehr. Ich bin sehr, sehr hübsch geworden. Du hast im Video nachgesehen. Okay. Ja, auch keine verkehrte Sache. Jeder nutzt das, was er gerade ihm zur Hand hat. Nice. Okay. Ja. Ja. Das ist Licht. Geh nicht ins Licht, Drache. Alles erledigt. Oh, sehr schön. Genau, gleichzeitig. Sehr gut. Oh Gott. Big Oof. Ich hoffe, die Dinger hinter mir herzuschicken. Ah, okay. Ein bisschen unangenehm. Okay. Stirb. Riesiges Baumdrachen etwas. Keine Sorge, bald ist es soweit. Aber erst Feenphase. Feendrache. Ist er jetzt auch nur zum Vulkaner geworden? Ja, natürlich. Jedes gute Monster muss irgendwann einfach mal zum Vulkaner werden. Das macht er schnell. Bye. Mach's gut. Wie lange können wir einfach hier stehen bleiben? Ja. Ja. Nein. Okay. Nee, eher nicht so. Okay. Dann doch nicht. Wuuuuh. Arm. Mega Laser. Hat gerade mehr was von Xenor. Wui. Habt ihr Spaß? Wir haben jede Menge Spaß. Und du so? So. Das sollte helfen. Arm. Arm. Die Laser haben mich Bombo-Kombo'd. Ach, deine Wiederbelebung ist weg. Ach, krass. Okay. Holy. Das ist heftig. Ja, wenn sie ihn dann einmal treffen, ne? Dann kommst du, glaube ich, wahrscheinlich mehr raus, ne? Ups. Nee. Haben wir jetzt einen Bananen-Split-Becher zum Löffeln geholt. Hab ich was verpasst? Uh, Bananen-Split-Becher. Das klingt mega. Nice. Klassik schmecken. Verpasst? Nicht unbedingt. Nur ein bisschen Drachie-Action. Nichts überhaupt Spannendes. Das ist ein Ende. Erbarerlich. Schön. Halb. So. Es steht. Das sollte aus. No, wo wolltest du denn hin? Du bist ja einfach bei beiden meiner Ballisten ausgewichen. Ich fasse es nicht. Arm. Dann hab ich dir das kaputt gemacht, was sowas war. Dein Ende ist gekocht. Yes. Sehr schön. GG. Na, also. War doch gar nicht so schlimm. Uh, Horn. Nice Horn. Das hab ich bisher auch noch nicht wirklich gehabt. Selten das Horn bekommen. Ja, Fressen noch gebrochen. Nice. GG. Damit... ... die Waffe... Ah, nee. Ach, uns fehlt noch der Goldsturm. Oh, die Waffe immer noch nicht. Ah, schon wieder zwei Schweife. Das heißt, das einzige Mal, wo ich keine zwei Schweife bekommen hab, war beim ersten Mal. Na super. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Prima. Balistend, äh, belastend. Es ist sehr balistend. Wunderbar. Du hast dein Pech, weswegen... Was... Was ist los? Hast du jetzt was bekommen, was du davor nicht bekommen hast, oder? Komm wieder bei der Laserphase euch zuschauen. Ja, ich weiß nicht, dich will er da irgendwie nie haben, ne? Nice Horn. So. Okay. Sehr schön. Prima. Nach Sonnejagd erst mal ein Ballisto. Ach, sehr gut. Dann jetzt aber der, ähm, der ein Leben. Ah, würd ich immer noch nicht sagen. Wie gesagt, es ist einfach nicht schön, ähm, ne, ne Quest zu machen, äh, mit nem Monster, wo du nur ein Leben hast. Mach mal lieber den da. Den haben wir auch noch offen. Die Beute ruft. Und ich kann wenigstens meine Waffe schon mal ein bisschen verbessern. Das gefällt mir sehr. Wunderschön. Nice. Äh, das Elan brauchen wir nicht. Nee. Okay, oder wir gehen gleich los. Normalerweise braucht ihr immer länger. Okay, auf geht's. So, dann gucken wir doch mal. Nein, kannst du nicht. Ja, wäre auch überhaupt nicht relevant gewesen, mal zu schauen, was ich überhaupt brauche, ne? So, jetzt könnt ihr mir nichts mehr tun. Erstens, ich brauch ja nicht mehr Schaden machen, ne? Das ist ja... Ich muss ja nicht mitkämpfen müssen. Wollte gucken, was das Elan ist, aber es ist halt eh Zivi, ne? Ja, ja, okay. Ungebunden, Meister-Duel-Land, Meister-Kritt-Kette, ja. Okay. Dich können wir auch noch machen. Wollen wir dich machen? Eigentlich nicht jetzt, oder? Äh, zwei Himmelsgewände. Okay, die sind zufällig, ne? Ja, und hier haben wir alles. Nice. Die Himmelsgewände... Pfff, okay. Die Himmelsgewände sind rein zufällig, wenn ich das richtig weiß. Goldsturm... Ja, okay. Ah ja, wieder Goldkragen, okay. Das sind die Tentakel. Ich denke mal... Ich schätze mal, dass sie sind. Los! Wild Hearts Cart! Let's go! Ich denke mal schon, dass es die Takeln sind. Was breaken? Wir können nichts breaken. Also wir brauchen die Himmelsgewänder, aber... Also ich habe nochmal nachgeschaut. Wir können nichts breaken. Nee, nee, nee. Müssen wir aufs Glück hoffen. Ich brauche zwar Himmelsgewänder, aber die können wir beide nicht breaken. Los, Rad, Gang. Oh Gott. Ah, okay, das geht sogar. Abkürzung. Ist er überhaupt hier oben? Ja, ist da hinten, okay. Und wusch. Hauptsache hier mal ein bisschen durchgefahren, ne? Bam! Go! Oh, okay. Au! Ich muss mich erstmal... Ich habe nicht gegessen. Natürlich habe ich nicht gegessen. So viel Blödsinn gemacht. Okay. Passt schon. Das sollte es. Oh ja, leider müssen wir da voll auf die... Voll auf die Questbelohnung hoffen. Wird hoffentlich einfach gut laufen. Okay. Oh Gott. Chill, Katze. Okay. Oh. Nice. Gleichzeitig. Sehr gut. Gleichzeitig die Apune und das. So, jetzt bin ich gespannt. Wie schnell... Ja, es geht schon ein Stückchen schneller, aber... Jetzt tatsächlich noch nicht so dramatisch. Also das ist noch voll in Ordnung. Dafür hat das jetzt schon... 24% mehr Schaden machen. Nein! Im Zweifel haben wir das Monster einmal mit dem Durchbrechen. Irgendwas wird schon dabei rauskommen. Ja, Gedärme. Was eben so rauskommt, wenn du... Die in zwei Hälften brechst. Au! Ach, der Schara-Tiger-Mix. Wegen den Tentakeln. Ja, das passt schon. Aber jemand... Ich sehe die Ähnlichkeit auf jeden Fall. Das war seltsam. Okay. Okay. Phew. Okay. Okay. Mach schon mal gute Schaden von Anfang. Hey. Sehr gut. So, dann kann ich noch was futtern. Oh, das war viel. Oh, naja. Das Ding ist mächtig. Okay. Perfekt. Oh, geil. Dragon. Was? Was? Wo, wie, was? Wo bist du überhaupt? Guck zur Klippe hoch. Ich gucke. Ja. Okay, das ist mega. Nice. Das sah richtig gut aus. Voll der Ultra-Jump. Wenn wir hier eine Strecke aufbauen, dann müssen wir das unbedingt mit reinbringen. Das war wahnsinnig knapp. Da hat mich, äh... Hat mich diese halbe... halt dieser halbe Berg hat mich dort beschützt. Puh. Nice. Sehr schön. Hatte ich jemals den Schweif bekommen? Ich glaube nicht. Weiß es gar nicht mehr. Genau. Marcel macht einfach den evil Kniebel. Oh, sehr schön. Schräg. Sehr cool, dass es auch mit der Wand geht. Okay. Okay. Oh Gott. Schauen. Oh, nice. Ui, sehr schön ins Gesicht. Wunderbar. Oh, das waren sogar seine... Ähm, seine Säbelzähne. Nice. Lass die Dichten kommen! No! Schade. War knapp. Arm. Sehr schön. War mal so frei, den Stunt zu klippen. Sehr gut, sehr gut. Vielleicht erklärt sich jemand bereit, ihn, wenn du willst, natürlich, in den Chat zu posten. Falls die Leute den Moment nochmal wieder erleben wollen. Dann sollte er heute auch nochmal dem Jasmastache kommen. Ja, so sieht's aus. Wenn das mit dem Farmen dann gut geht, ja, ich denke, dann werden wir ihn direkt angehen. Ich will heute auch nicht zu spät machen. Dann hatten wir heute ja auch gut Multiplayer. Freiwillige vor. Ups. Hm, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe hier was verpasst. Geht das hier mit seinen Rädern unterwegs. Mach hier irgendwas falsch. Aber jemand... Hm. Das sollte alles. Tag, angerechnet. Hm. Ich bin voll reingerutscht. als ob ich dadurch jetzt drauf gegangen bin der blick einfach nicht ganz elegant wie war es bei marcel leider nicht ich bin auch keine rede er hat oberschenkelmuskeln so sieht es aus ich fliege selber die die dauerung wunderbar Puh. Marcel-Stunt-Einlage. Nice. Ja. Ein Himmelsgewand. Schade. Sehr, sehr schade. Gut. Müssen wir nochmal machen. Hier ist das Heil von Xamogs Kralle. Hab ich auch noch gesehen. Die liegen noch dran. Nice. Ich mein, ja, immerhin eins. Die Chance hätte ja auch sein können, dass wir gar keins bekommen. Immerhin eins. Ich fliege. Oh. Hey, Goldkralle. Goldkralle? Oh Gott. Der Krallenangriff war der Kill. Was für ein guter Kill. Das ist nice. Sehr gut. Okay. Nur nochmal sicher zu gehen, aber ich bin mir sehr sicher. Ja, es waren zwei. Okay. Die Goldkrägen haben wir halt genügend. Das sind die Himmelsgewänder. Xamog hat sich den Kill gekrallt. So könnte man sagen. Ja, wie gesagt. Ich glaube jetzt. Ja, kommt von mir aus. Wir können ihn machen. Wir müssen halt sehr vorsichtig sein. Aber gut. Wir sterben ja selten. Wir können uns ja wieder beleben. Machen wir den. Die Beute ruft. Wenn wir unbedingt noch eine Challenge haben wollen, können wir ja nochmal. Können wir den ja auch nochmal solo machen. Jetzt hat er es gejinxt. Bestimmt. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Hallo, Leute. Wunderschönen guten Abend. Wünsche ich euch allen. Hallöchen Skyrim. Willkommen zu Steam. Schönes Wabbes. Hallöchen. Guten Abend. So, ich mache das jetzt nochmal mit dem Rad. Ich hätte ganz schön ein nice Stunts machen mit dem Rad. Hört sich so ein bisschen nach Bub des New Tailcats an. Hat was davon. Na dann, hau raus. Huiiii. Schön. Sieht schon sehr nice aus, muss man sagen. Okay. Habe eine Frage zu Wildharts. Frag los. Sofern es nicht absolutes Endgame oder DLC-Monster sind. Weil die habe ich noch nicht gemacht. Kann ich dir so gut wie alles erzählen. Die paar Sachen habe ich leider noch nicht gemacht, aber ich bin dran. Eben müssen weitergesprungen, oder? Kann sein. Entweder es war vom Winkel anders, oder es war tatsächlich ein bisschen weiter. Weiß ich nicht. Okay. Let's go. So, prima. Habe es anders gewinkelt. Ah. Bin von Parkbrickset weg. Full Damage Build. Noice. Sehr schön. Das klingt richtig gut. Geht jetzt nochmal ein paar Sekunden schneller. Wunderbar. Kann so wie ein Monster Hunter Rise auch Gegenstände den anderen Spielern geben? Ah. Nein. Nicht meines Wissens nach. Ich meine, die meisten Objekte, die du hast, ist ja entweder Essen oder halt Monster-Materialien. So viel mehr Sachen gibt es gar nicht. Und nee, die kannst du nicht weitergeben. Aber auch in Monster Hunter muss man ja sagen, dass es schon limitiert ist, was du weggeben kannst. Ich glaube, du kannst nichts über Stufe 4 weitergeben. Was tatsächlich die meisten Monster-Materialien und sowas sind. Also, du kannst Kräuter weitergeben, aber keine, äh, keine jetzt sehr besonderen Sachen. Deswegen, ähm, ja, sind die meisten Sachen hier ja auch nicht so, oder gibt es nicht so viele Sachen davon wie ein Monster Hunter selber. Essen geht, okay. Keine Ahnung, wie man Essen weitergibt. Wie man Essen droppen kann. Zutaten. Achso, ja, indem du es dann in die Kiste reinlegst, oder wie? Nee, komm her. Okay. Äh, wo bist du? Ach, da hinten. Okay. Ja, du kannst es in eine Box legen und jemand anderes kann es in eine Box rausholen, ja. Ist jetzt natürlich irgendwo nicht dasselbe wie ich geb dir was, ne, aber, ja. Also, Essen kann man weitergeben, aber auch nur, auch nur krampfig. Und ansonsten, du kannst halt eben gemeinsam mit jemand anderem das Essen nutzen. Ansonsten halt eben nichts weiteres. Ups. Au. Ich glaube, wenn ich zocken würde, würde ich die ganze Zeit mit dem Rad rumblödeln. Ja, kann ich verstehen. Ah, verdammt. Uh. Ich muss mich definitiv auch zurückhalten, die ganze Zeit mit dem Rad durch das Bize-Roller. Ist schon ein mega, mega Ding, das wir reingebracht haben. Ah, verdammt. Hat das Spiel Crossplay? Ja. Ups. Beim Start des Spiels meldest du dich, ähm, mit nem, äh, EA-Account oder mit nem Origin-Account meldest du dich dann an. Egal auf welcher Plattform. Und dann nutzt du eben die EA-Server, die halt eben auf allen, auf allen Plattformen verfügbar sind. Wir spielen gerade eben auch. Uuuh. Wir spielen gerade eben auch. Also, ich bin auf der PS5. Silja ist auf, äh, PC. Und Marcel auch auf PS5. Deswegen, das hat es. Wenn ich gleich wieder da muss, schnell eine rauchen. Okay. Dann, bis gleich. Bis gleich. Dann schick das Erdbezahn, nehm ich gerne mit. Das ist auf jeden Fall ne sehr tolle Sache. Mit dem Crossplay. Auch so wichtig für heutzutage, ne. Immer noch schade, dass es doch so wenig Spiele hinbekommt, tatsächlich Crossplay zu haben. Hoffentlich wird sich das relativ schnell ändern in der Zukunft. Here we go again. First Play auf ne PS5 ist ja auch nicht so selbstverständlich, nicht schlecht. Ja, ich mein, ist halt, ne Firma muss es halt tatsächlich einfach mal machen, ne. Das ist von Sony selber, wird es halt nicht kommen. Ups. Aber die großen, die großen Spieleentwickler spielen ja immer noch ungerne gemeinsam im Sandkasten. Weil die ja immer noch ihr eigenes Ding machen alle. Ups. Okay. Ich denke mal, dass Capcom das jetzt genauso machen wird in Zukunft. Dass wir dann in Zukunft auch Monster Hunter mit Crossplay haben werden. Nice. Schöner Bon. Hm. Ah. Ah. Auf uns wegzublasen. Ah. 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 ein bisschen zu früh hatte ich aber fast schon so im Gefühl gehabt das war bloß der kurze Sauger es ist vollbracht das sollte ich sein Ende ist gekommen okay sehr schön das war eine gute Kombo sehr schön ja und jetzt nach dieser nach der wirklich mächtigen Schlagkombo ist dann meine meine Leiste auch wieder leer deswegen das funktioniert dann schon ganz gut dass sie dann Kürze hält aber dafür mehr Schaden macht nicht schlecht nicht schlecht er ist gegen die Wand gebombt sehr gut der Arme yes au weniger nice sehr schön Katzen mobben äh ich will jetzt trotzdem gar nicht hier raus okay hi meine Meinung nach top keine Musik in der Marais die Musik wo man gegen Nava und Ibushi kämpft sind auf jeden Fall wahnsinnig gute Musikstücke absolut bin ich definitiv bei dir sehr schön den haben wir jetzt zum Ende aber auch richtig unter Druck gesetzt nice GG ein Leben Katze erledigt wunderbar puh yes Himmelsgewand nice sehr sehr schön PC-Mobbing ich bin nicht ganz sicher warum es PC-Mobbing ist aber Mobbing ist es allemal sehr schön wunderbar ich sehe bloß jemanden wirbeln ach du hast nur einen Todesstoß bekommen nooo darauf habe ich nicht geachtet wer den Todesstoß bekommt das nächste Mal bekommst du mehr das habe ich nicht gewusst das tut mir leid da bin ich wieder eben nochmal raiden gewesen hey nice ich hoffe es war erfolgreich so dann vielen lieben Dank für die Jagden hat mich sehr gefreut vielen lieben Dank fürs pfeift unschuldige war jetzt eine sehr schöne Runde und jetzt kamen wir sehr sehr schnell dazu das Ganze abzuschließen so Manifestation vollkommen ungebunden Meister Duellant und Kritmeister dann nehmen wir die Kette nicht mehr scheinbar so bin wieder da was habe ich verpasst wir haben die Katze geformt ja machen wir das so hilft nichts okay ich dachte schon aber wir brauchen nur das Geld an das Geld kommen wir ran was geschieht da hinter mir ich brauche nur Geld das wäre so ärgerlich gewesen gut dann passt das Geld kann ich mir gleich selber holen wie gesagt nochmal vielen lieben Dank an euch hat mich sehr gefreut hui und wir sehen uns dann das nächste Mal wenn wir weitermachen wenn wir wieder irgendwelche tollen Sachen zum Farmen finden oh ja ich habe richtig viele Waffen mit Bauplänen bekommen und die erste Waffe aus dem Raid kann ich schon craften oh nice sehr sehr nice das ist mega klingt auf jeden Fall gut wie gesagt macht's gut plop und weg also los plop so dann können wir auch die Sitzung auflösen ansonsten labern wir die ganze Zeit durch die Gegend perfekt dann machen wir die Waffe weiter wie gesagt Dankeschön nächstes Mal wird bestimmt kommen es gibt immer irgendwas zu jagen und zu farmen da bin ich mir bin ich mir sehr sicher die arme Katze die mag doch kein Wasser naja sie ist tot jetzt ist es egal was sie mag oder nicht jetzt bin ich überlegen ein bisschen im Code Vein weiterzumachen auch wenn ich mich vor der der nächsten Aufgabe drücke oh was was ist die nächste Aufgabe klingt ungemütlich die Quest können wir auch noch abgeben stimmt die Quest abgeben dann Sachen verkaufen passt wahrscheinlich sobald du wieder gegen mir erst mal stachel scheiterst es war eine Glutfeder ich hatte recht welch ein Glück dass ich euch darum bat vielen Dank nun wird die Insel zumindest nicht zerstört zum Dank möchte ich euch etwas geben hier Papa handelt damit ich hoffe ihr mögt es und wisst ihr nun mehr darüber wie die Insel entstanden ist klingt gut nice sehr schön haben wir die Questreihe auch abgeschlossen und ja die Insel wird zumindest jetzt nicht zerstört das nächste Kemino ist bestimmt schon auf dem Weg dorthin so wir haben noch unendlich Sachen die wir hier auch noch schnell abschließen können müssen wir auch noch machen mal schauen äh so okay ganz viel durch Gebiete durchrennen und dabei schauen was mir noch an Sammelzeug fehlt okay okay klingt auch gut klingt auch gut klingt doch gut ach ja und die DLCs habe ich auch noch vor mir sobald ich die mir von Kudama geschnorrt habe der einzig wahre Weg DLCs zu spielen way das waren 58.000 holy das waren die Goldbarren nicht wahr ja jetzt haben wir ein bisschen Geld nice ich gehe schlafen mir fallen schon die Augen zu ja dann dann musste ich definitiv ausruhen oh god wir haben 30 Schnecken bekommen warum hat der Junge mir 30 Schnecken zugesteckt die wollte ich nicht haben viel Spaß und beim Rest des Teams dann alle gute Nacht ciao machs gut schlaf schön gute Nacht vielen lieben Dank dass du dabei warst gerne bis zum nächsten Mal so okay was wollten wir sonst noch machen ah ja zu euch wollten wir noch und die ganzen Schnecken sind süß deswegen ein weiteres Gebäude ist fertig aber Minato ist groß es gibt immer noch Platz für weitere Bauten bestimmt hier eine neue Tasche Tasche damit solltet ihr mehr Platz haben yes ein Zeichen unserer Wertschätzung von einem aus Minato ich arbeite dann mal wieder mach das nicht so lang mehr Taschen tust du dich tust du erst sobald ich dir sage dass du weiter arbeitest jetzt bam okay wieder auf Bau natürlich neues Gebäude 8000 ja okay bam gibt es sonst noch etwas no so sieht es aus nice sehr schön jetzt können wir auch wieder mehr Essen lagern prima pfui snacken ähm meine Schmiede ist weg okay oh Natsume ich hatte gehofft du bist da weil du kannst jetzt meine Waffe erweitern bam so das da das da das da und das da wir haben die Manifestationsentfesselung wir haben vollkommen ungebunden Meister-Duell-Land und kritischer Treffer ja passt perfekt bam und jetzt zu dir sehr schön den Kampfesmut haben wir dann auch erhöht den Angriff gegen wütende Kemonos ja das ist auch nice 10% mehr Schaden aber nochmal das ist sehr sehr schön was war der Gegenangriff wir können nicht alles mitnehmen ne achso wenn sie achso nachdem du weggeschleudert wurdest ne das ist grober Blödsinn wir können ja eh nicht alles mitnehmen dann nehme ich lieber den Klingenwechsel Zorn mit und die anderen Sachen okay nice Waffe definitiv nice Waffe ja bam yes jetzt gehen wir hier hin und machen dann gar nichts mehr ich meine das erhöht die die normalen Schadensschläge das ist auf jeden Fall schick 64% mehr Schaden wenn die Entfestungsleiste aktiviert ist 5% Crit Chance Angriff gegen wütende Kemonos erhöht Angriffe im ungebundenen Zustand erhöht und die R2 warte mal ja gut okay ja doch ne passt die zwei Angriffe sind das andere ja okay ja das tut dann richtig weh vor allem wenn wir im entfesselten Zustand ein wütendes Kemonos mit den R2 Angriffen angreifen das haut dann richtig rein schicke Sache okay gefällt mir man könnte eventuell was ich eventuell als einziges noch umändern könnte wäre wäre der Crit der kritische Treffer ähm weil Meister Duellant ist halt auch cool ne ist jetzt halt ein volles ein volles ein volles Fesselungsbild wie gesagt könnte man eventuell dort nochmal irgendwann was suchen aber ich denke für den Moment bin ich damit sehr sehr zufrieden mit der Waffe wir müssen natürlich auch schauen was es äh in Zukunft noch geben wird nicht wahr für für Viecher kann ich euch sonst noch irgendwie helfen okay wir können auch nochmal schauen was haben wir für Talisman also es ist halt das Leichtfüßig ich rutsche halt doch relativ häufig 4% Rache ist auch nicht so schlecht ansonsten habe ich halt eher selten was stoppt gelegentlich den Verbrauch von Karakuri-Fäden wenn Karakuri beschworen werden ja und erhöht den Angriff hmm vielleicht nehme ich das gegen gestürzte Kemono mache ich ja doch relativ viel gegen den Miasma aber ja es wäre jetzt halt spezifisch gegen den Miasma 6% Chance das war ja 6% Chance ist halt echt nicht viel muss ich jetzt leider sagen davon grausam plus 2 ich glaube das tausche ich gegen das da es ist jetzt nicht wirklich so relevant die Kunst der Flammen kann ganz cool sein aber davon muss ich das Kemono halt wirklich auch sehr sehr aktiv angreifen ja vielleicht willst du das mit der Wand oder der Harpune versuchen wahrscheinlich mit der Wand weil ich jetzt eigentlich sehr viel mehr Schaden machen sollte deswegen würde ich jetzt die Wand eher wählen ja nehmen wir das diese blöden Ursprungskugeln muss ich jetzt die Ursprungsquests ein drittes Mal machen das passiert leider recht häufig das tut mir leid aber das ist leider so eine Sache da kann man kann man nichts dagegen tun so nehmen wir den Todesstoß nicht das Beste für alle Kemono aber tatsächlich wenn wir jetzt mit der Wand gegen den kämpfen eigentlich ziemlich ziemlich sinnvoll wir probieren es mal mal sehen was dabei rauskommt ok kann ich euch sonst noch irgendwie helfen do be rare ja puh ansonsten essenstechnisch ja haben wir noch wobei wir auch wieder nach oben schauen können können wir noch schnell machen packen wir noch das ganze Zeug schnell weg und dann dann gehen wir los dann haben wir noch ein paar Versuche hoffen dass es jetzt ein bisschen besser läuft mit der neuen Waffe wäre schön ich bin gespannt wie das funktionieren wird sicherlich immer noch hart wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Gemüse wegpacken hier die Gewürze zumindest das Salz wir haben sehr viel Salz dort drin das nehmen wir mit das hier nehmen wir mit können die dann auch schnell einlegen gerade vielleicht mit Essig halt nicht die Zutatenkiste ich wollte es einlegen habe ich gesagt ja sehr schön und hier machen wir nochmal Fischpaste ja machen wir auch nochmal ok ungetrocknet sind auch wieder welche funktioniert doch braucht zwar alles immer ein bisschen aber so mit der Zeit funktioniert dann alles irgendwie doch ganz gut man kommt man bekommt sein Zeug schon zusammen ok so sortieren das sieht auch wieder ganz gut aus ok das nehmen wir noch mit mehr Hirse immer gerne gesehen ok dann heißt es auf geht's an dem jasma stachel ich hoffe es läuft jetzt besser als das letzte Mal auf geht's aber ja wie gesagt ich stecke jetzt alle Hoffnungen einfach in die neue Waffe in die neuen Möglichkeiten die ich jetzt habe und dazu eignet es sich würde ich behaupten sehr viel mehr wenn wir wenn wir ihn mit der Wand machen ich denke das passt deutlich besser so dann nehmen wir das eine mit äh Essen nicht vergessen nom 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 sehr gut jede Menge Leben ok guten Abend Joker willkommen zu stehen schön dass du weit bist hallöchen wenn wir Glück haben können wir auch zuerst die ja die Echsen platt machen ok gut dass er doch immer beschäftigt ist am Anfang und einen nicht sofort sieht hilft hilft ungemein ok ok nicht der richtige angriff ist halt doof wenn er nicht auf mich anstürmt das ist halt so das was eigentlich nicht passieren soll du kannst daraus dann auch in den schnellen Wirbel gehen gefährlich ja arm nicht ganz so sauber aber ist in Ordnung das Timing war so knapp Jesus viel zu knappes Timing das ging das ging da schon besser 83 gegen ihn 83 Schaden ist schon echt gut da sieht man dann doch einen gewissen Bonus ja meine Leiste geht jetzt auch verdammt schnell weg aber ich denke es lohnt sich schon ich dachte ich könnte da unten durch wenn ich da unten durchgekommen wäre dann hätten wir ihm jetzt auch echt gut Schaden machen können Schade es ist so sehr what was war das denn das war richtig weird ja da hab ich es zu spät gesehen weil das Ding war ja schon aufgebaut normalerweise hätte das eigentlich funktionieren müssen ja okay ich muss ich muss es halt vorplanen das ist halt die Sache es geht nicht wenn ich es erst mache sobald ich sehe dass er dass er rollt oder rennt beim Rennen ist es ja okay jetzt Was? Jedes Mal wieder die Panik. Oh, wie war das noch ein Treffer? Und wie habe ich mein... Was? Was ist das denn? Oh, Mann. Ich wollte einfach nur meine Katana wieder wegpacken. So dumm. Waren schon immer wieder 5 Minuten und ich habe nichts erreicht. Ja, wir machen jetzt mehr Schaden, aber... ...halt immer noch nicht genügend. Schwierig. Das war einfach bloß richtig ärgerlich gerade eben. Na gut. Dann eben nochmal. Traurige Kunde. Was ist los? Die Bad-Cutscene ist pre-rendert. Was von der was? Bad-Cutscene ist pre-rendert? Ich bin verwirrt. Ach, die Bad-Cutscene. Jetzt. Ja, 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 ja. Die Bad-Cutscene. Okay, das heißt, du darfst nicht mit den beiden Rädern baden. Ja, 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 ja. Die Räder tauchen nicht auf, ja. Traurig. Wäre schon nice gewesen. Schöner Versuch. Sehr, sehr schöner Versuch. Ein Radbad. Zweite Echse. Dabei habe ich so viel Arbeit da reingesteckt. Musste ein paar Kuh über die Dächer machen. Oh Gott. Du hättest es erst mal mit einer Kiste probieren können, ne? Warum schwimmt da eine Box? Ja, weil das Zeug darunter kaputt gemacht wurde, aber die Box selber nicht. Wild Hearts Physics. Aber man kann nichts im Bad selber bauen. Oh, jetzt verstehe ich. Okay. Ah ja. Wir singen nur die Räder und das Seil. Ja, klar, klar. Das ist doch doof. Nee. Das war verdammt knapp. Das war verdammt knapp. Was? Nicht mehr. What? Warum? Wie? Was war da gerade eben los? Was? 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 Okay, komischer Winkel von mir aus. Was? 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 Ganz toll. Ja, super. Okay, gut. Das ging auf Tsukumo, deswegen war das nichts. Hände aus Stacheln, ja. Hände aus Stacheln, ja. Was? Na also. Das war nicht das, was ich tun wollte. Das kannst du jetzt mehrfach. Ja. Toll. Und du machst daraus Stacheln. Okay. Super. Schön, dass ich das jetzt auch weiß. Na ja, wir kommen wenigstens sehr viel früher in die Agro-Phase. War doof von mir, aber ich dachte nicht, dass er da so hinkommt. Und, ähm, aber ja. Wie gesagt, wir kommen jetzt wenigstens in einer realisierbaren Zeit in die Agro-Phase. Wir machen ihm auf jeden Fall besser Schaden. Wir können ihn ganz gut kontrollieren mit den, äh, mit den Wänden. Ich denke mal, dass... Die Taktik hat jetzt irgendwo Hand und Fuß. Und hier und da mal eine Harpune reinfeuern ist bestimmt auch nicht verkehrt. Bringt uns zwischendurch auch nochmal eine kleine Kombo rein. Ich denke, es passt. Sofern er jetzt nicht allzu großen Blödsinn macht, sollten wir ihn erledigt bekommen. Worin er natürlich Großmeister ist, den Blödsinn machen. Das ist nicht die Quest. Vielleicht sollten wir auch die Quest anfangen. Nicht einfach so durch die Gegend radeln. So, also gegen die normalen Wände wird er nicht immun. Habe ich die ganze Zeit gegen ihn genutzt. Ja, es war auch... War auch mehr... Mehr... Mehr einfach bloß Gerede. Also, weil das war ja der Anfang der Quest, ne? Er konnte zu dem Zeitpunkt... Wir haben ja schon viel, viel mehr, äh, Wände gesetzt, also... Es konnte nicht sein, dass er immun ist, aber... Es war halt schon lächerlich, dass er aber zweimal durch die Wand aber durchgebrettert ist, obwohl sie schon längst stand. Das war schon sehr seltsam. Natürlich chillt die eine Echse in ihm. Naja, ich meine, die können wir eventuell... Wenn wir es richtig hinbekommen, können wir sie eventuell... ...erledigen, während wir ihn... ...direkt angreifen. Ja. Nice. Sehr gut. Guter Schaden. Lass doch die Lurche in Ruhe. Sind genauso schuldig wie er. Keine Ahnung, wie man durch den Angriff gescheit durchkommen soll. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Schade. Äh, natürlich machst du das jetzt. Immer genau dann, wenn ich mich heile. Okay, die langsame Rolle. Ich dachte auch nicht mehr, dass sie die Wand erwischt, muss ich sagen. Deswegen bin ich da schon weggerollt. Das war doof. Hätte ich mir seitlich gehen müssen. Große Rolle. Nope. Okay, er greift Zukumon an. Okay, jetzt greift Zukumon nochmal an. Schade, dass das nicht getroffen hat. Schade, dass das getroffen hat. Schade, dass bei ihm der Schaden nicht gesaved wird. Naja, ich meine, aber dann wäre es halt keine Herausforderung. Dann würde ich einmal hinrennen, einen Schaden machen, sterben. Und das halt 300 Mal. Und dann wäre er auch tot. Das war jetzt noch nie wirklich interessant, wenn sowas passiert. Oder? Ja. Oh, da hat er sich aber Zeit gelassen. Das wäre beinahe schief gegangen. Naja. Ach, das war gar nicht der große. Okay. Okay. Das ist etwas, was ich nicht voraussehen kann. Und ich kann eigentlich auch nicht so häufig die Wände setzen, dass ich das dann abschätzen kann, dass er das macht. Das ist ärgerlich. Ich muss es mehr oder weniger abschätzen, aber das ist halt vollkommen unmöglich. Wie alles. Es ist halt einfach ein einziges Ratespiel, dieser Kampf. Und das ist ein bisschen doof. Nein, du sollst das wegpacken. Ja, also voll mit mir mitgerannt. Sogar perfekt die Kurve hatte genommen. Und die große Rolle, natürlich. Weil ich habe ja schon... Ich habe ja schon darüber nachgedacht, mich zu heilen. Natürlich macht er das dann direkt. Was? Was tust du? Ach, er rennt Zukumo hinterher. Nein, lass das. Nee, kann ich mir was gegen tun. Nein, du sollst das wegpacken. Gott. Dankeschön. Meine Güte. Ja. 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 Der einfache, natürlich, wäre ja auch schön gewesen. Hör drauf, den einfachen zu machen. Was soll ich damit denn machen? Hör auf, auf Sachen zu schießen. Das könnte zu spät sein. Nein. Nein. Okay. Okay. Wie geht es? Das war garante. Die sneaky haussten das auf der Reihe. Ja. Okay, das war gleich der Große, aber davon muss er sich dann eine Weile ausholen. Oder erholen. Er lädt das jetzt viel. Er kann es dreimal. What? Jesus. Okay. Du kannst das Ganze jetzt also dreimal machen. Das ist natürlich großartig. Okay, wenigstens wird das Timing funktionieren. Das war sehr gut. Ich kann dem auch echt meine Waffe nicht einpacken. Das ist einfach so ein wahnsinnig knappes Timing hier überall. Okay, das kombinierst du so nah. Interessant. Da kann ich dann aber so rein. Leider war ich eine halbe Sekunde zu spät. Wow. Großer Lag. Warum fängt es immer bei ihm an zu laggen? Nein, er geht in den normalen Modus über. Nein. Das wäre so gut gewesen. Das wusste ich nicht. Hm? Das gibt es nicht. Nice. Das kann ich dann nutzen. Das war schön. Jetzt ist es eh aus. Ein bisschen schade, aber passt schon. Was? Was? Äh, das war komplett falsch und hat jede Menge Ressourcen gefressen. Hoppla. Halt eine Taste. Viel zu früh. Das war zu früh, ja. Da kann ich nichts dagegen sagen. Da muss ich mehr warten, bis er dann sich wieder aufgerollt hat. Da hätte ich die Harpune setzen können, aber nicht das. Ja. Wieder zu früh. Ja, schade. War es wahrscheinlich auch die ersten beiden Male, wo das so passiert ist. Weil er sich da doch nochmal sehr viel länger zurückrollen muss. Verdammt. Das wären zwei sehr wichtige Punkte gewesen. Jetzt muss ich halt auch noch... Ich meine, da könnte ich die große Wand machen. Das wäre... Wäre auch kein Fehler. Ah, der Tod. Kann ich halt auch nichts machen dagegen. Oh mein Gott. So. 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 Aber erstaunlich, dass er die Wand eigentlich nicht kaputt macht, wenn er dagegen bonkt. Äh. Hätte ihr noch ein Block gefehlt. 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 Weil er hat erst jetzt gerade den Totenkopf bekommen. Keine Ahnung, was das mit dem Biest soll. Ich weiß auch nicht, was ich anders machen soll. Ich habe jetzt 20 Minuten lang permanent auf ihn drauf gehauen, wo ich halt eben kann. Ja, ich habe zweimal die Wand vermasselt. Aber es ist einfach nur dumm, was es halt ist. Dann halt eben nochmal. Das wäre definitiv so mehr geworden. Ja, ich weiß, aber ich ramme mir jetzt kein Schwert in den Bauch. Bloß weil ich weiß, dass die Zeit noch nicht da ist. Ich habe versucht, was ich konnte. War nicht oder wäre nicht das erste Mal, dass sowas dann noch in letzter Sekunde funktioniert hätte. Aber ja, das erste Mal, dass ich den 3 Minuten Countdown gesehen habe. Auch was Neues für mich. Ja, müssen wir alles nochmal besser ausnutzen. Dass es besser herausfinden, wann er was macht. Dass er die Ballisten besser setzen. Ich habe ihn bei der Musi gesehen. Okay. Das ging bei mir immer alles bisher. Bisher ohne. Ich gehe in Ruhe meiner Aufgabe nach und laufe da in irgendeinem Mist auf den Boden. Plötzlich springt die größte Spinne des Lebens direkt in die Fresse von meinem Char. Und meiner Kamera. Nicht als bekannter Archnophobel bin fünfmal gestorben. Warte, was? Ach so. Ach, du magst Shredder Fallen Order nicht? Oh ja, das Gebiet. Ja, das ist sicherlich unangenehm. Ach, Mausi. Ach, jetzt. Okay. So, wie gesagt. Dann machen wir es halt eben nochmal besser. I guess. Weil ich bei der großen Rolle dann nach dem Bodyjack dann genügend Zeit habe, kann ich dann noch die große Wand bauen. Ich glaube, die kleine geht meistens dafür ganz gut. Ja. Okay, eine Wand hält bloß einmal, oder wie? Verstehe ich das richtig? Und die kann bloß einen großen Angriff ablocken. Obwohl sie dann noch da steht. Das ist natürlich auch ärgerlich. Ja, super. Das musste ich natürlich auch erstmal wissen. Das hat mich wirklich gekillt. Vielleicht nach der großen Rolle einen Sprungangriff machen. Ich glaube, der macht gut Schaden. 70 Schaden. Das bringt mir gar nichts. Dafür, dass ich dann erstmal auf dem Boden sitze und gar nichts mache. Das macht bei ihm auch bloß 70 Schaden. Ich habe es ja schon probiert. Das ist nicht hilfreich. Also da ist die Wirbelkombo deutlich besser. Also schade, es macht teilweise echt gut Schaden. Also bei manchen anderen Monster habe ich schon 500 Schaden damit gemacht. Deswegen, es ist leider echt traurig. Das wäre noch eine andere Strategie. Aber ich habe es mal probiert gehabt. Ich habe mich gerade fast totgelacht. Ich gucke gerade eine Sendung Hot oder Schrott. Und da gab es etwas sehr Interessantes. Ein Set für Sumo-Wrestling. Okay. So eine Matte, wo so ein Ring für Wrestling drauf ist. An zwei Anzüge, die halt etwas voluminöser sind. Und zwei Helden. Okay. Das klingt auf jeden Fall sehr nice. Was zur Hölle. Was es alles gibt. Dann triffst du wahrscheinlich den Rücken. Der nimmt sehr wenig Schaden. Das kann gut sein, ja. Aber. Ja. Müsste ich mehr das Gesicht dann angreifen. Ich meine, ich könnte es mal in einem Versuch probieren. Dann tatsächlich auf das Gesicht oder auf den Schweif zu gehen. Aber ich habe das Gefühl, dass es mit diesem Einschlag dann sehr schwierig ist. Versuch wäre es wert. Der Preis ist allerdings auch ziemlich schwer gewichtet. Das muss er ja wohl. Okay. Ach nee. Ich war in dem Winkel. Dann kannst du die Quest fast jetzt noch mal neu starten. So schlimm ist es. Nee, für sowas kann ich dann bloß das Kleine bauen. Gibt es nicht. So, jetzt. Das macht 172 Schaden. Ja, ich könnte so den... ...den Angriff beginnen, wenn er gegen die große Mauer bonkt. Wäre eine Idee. Wäre eine Idee. 172 ist schon gut. Ist jetzt nichts weltbewegendes, aber... ...macht schon gut Schaden. Keine Chance da irgendwas zu sehen. Hm. Hm. Es sind halt diese Phasen, ne? Ich mach ihm jetzt halt seit drei Minuten keinen Schaden mehr. Aber er macht halt auch nichts anderes, außer von einer in die andere Ecke der Arena zu rennen. Okay, toll. Und irgendwelche dummen Fernkampfangriffe zu machen. Also es bringt nichts, ihn zu größeren Fernkampfangriften zu baiten. Du musst halt bei ihm bleiben, aber dann wirst du halt ständig von der Rückwärtsrolle überrollt. Oh, 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 oh. Really? Huh? 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 Okay. Also merke ich mir beim ersten Mal stacheln, am besten keine Fehler machen, ja. Keine Sorge, das zeigt er dir auch schon schnell genug. Okay, ich muss lernen unter ihm zu stehen. Oh Gott. Das heißt jeden einzelnen dummen Nahkampfangriff halt auch noch auswendig lernen, wann man macht. Toll! Was ein Spaß. Was ein riesengroßer Spaß. Ich gebe ihm noch zwei Versuche, dann müssen wir eh sowieso aufhören und dann machen wir das nächste Mal einfach ein Multiplayer. Dann habe ich keinen Bock mehr auf ihn. Ein furchtbar dämliches Design eines Monsters. Wie gesagt, dann machen wir das nächste Mal Multiplayer. Der wird bestimmt sehr viel leichter. Dann können wir uns auf den Frostgrim konzentrieren. Fast sie sind weiter an. Okay. Also, ich nehme deinen guten Nacht und lasse dich nicht allzu oft aufschließen. Ich gebe mein Beste. Mach's gut, Ces. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ganze mal was zu Futtern gefunden! Dann guten Appetit. Dann klatschen wir hin, so sieht's aus. Das ist toll. Das macht 500 Schaden! Oh! Okay, okay, ich hab die Strategie gegen ihn. Ich hab die Strategie gegen ihn. Spannend. Das muss jetzt natürlich nur so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Ich wüsste nicht, dass das nochmal ein extra großer Schaden gibt. Wenn du entfesselt bist und das dann machst. Oh Mann! Diese Rollen teilweise. Geht auf Zukumo. Oh! Ohohoho! Wie? 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 Baut halt so lange. Also es lohnt sich. Ja, es lohnt sich so abnormal. Es lohnt sich. Habe ich schon gesagt, es lohnt sich. Okay. War eine Sache, die ich so nicht wusste. Jetzt weiß ich, wo der Schaden von Katana tatsächlich herkommt. Es lohnt sich. Ah, es lohnt sich? Oh. Hättet ihr mir doch mal gesagt, dass es sich lohnt. Mann. Warum sagt mir sowas nie jemand? Es lohnt sich. Okay. Jetzt bin ich gleich tot. Oi. Ich dachte, du wusstest, dass es sich lohnt. Natürlich wusste ich nicht, dass es sich lohnt. Und ansonsten hätte ich es gemacht. Oh mein Gott. Da war was. Ich habe gesagt Sprungangriff. Ja, schon. Aber ich wusste nicht, dass der Sprungangriff in Kombination mit dem Entfesselungskatana 500 Schaden macht. Das Ding wusste auch, dass es sich lohnt, dich zu überrollen. Ja, das wusste ich sehr. Aber ich habe vergessen, dass er es dreimal macht. Oh je. Na gut. Wenigstens haben wir die Strategie jetzt gefunden. Das ist gut. Und generell natürlich auch eine Strategie für alles weitere. Ich kenne die Waffe doch nicht. Ich doch auch nicht. Woher soll ich denn wissen, was die ganzen tollen Sachen mit Katana sind? Ich brauche die eindeutigen Katana-Mane im Chat. Ich kenne nur die Kralle. Aber ja, deswegen. Es war gut, dass ich es nochmal ausprobiert habe. Und ja, ich habe dann schon mal den 500er Schaden gesehen. Aber wie gesagt, das war dann halt rein zufällig gerade eben mit der Entfesselung draußen. Weil ansonsten macht das halt echt kaum Schaden. Hi. Hi. Ich bin nur ein freundlicher Besucher. Der dich umbringen will. Nein. Du sollst. Das Katana aktivieren. Das dauert halt eigentlich viel zu lange. 600 Schaden. Jesus. Ja, okay. Ich habe zu lange rumge... Oh. Was war das? Das war gruselig. Baumphysics. Yep. Creepy Baumphysics. Nein. Hör auf, auf die Steine zu steigen. Hör auf, auf die Steine zu steigen. Du sollst nicht. Danke. Ja, ja, ja. Immer die Rückwärtsrunde. Wow, wie er nochmal einmal im Kreis gekommen ist. Was zur Hölle. Stache Bombardement, so unangenehm. Er hat es heute echt mit seinen Bäumen, ne? Sollst du mich gerne anschauen. Ja. 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 Nein, das war zu nah. Oh. Ich kann es trotzdem noch mal aktivieren. Ich wollte gerade sagen, dann kriegen wir ihn wenigstens auch noch gefangen. Auch nicht schlecht. Äh, okay. Was hast du vor? Was tust du? Darauf Dinge zu tun und greif nicht an. Gute Nacht, Maxi. Schlaf schön. Vielen Dank, dass da war's. Oh, nice. Ohne mein Zutun. Hahaha. Wir sind in dem Baum abgeprallt? Nee, an der Wand? What? Dieses Ding überrascht mich immer wieder, muss ich sagen. Fuck die Wand, I guess. Ja, scheinbar. Okay. Hätte ich ihn jetzt auch anspringen können, aber das hätte, glaube ich, zu lang gedauert. Okay, ich weiß nicht, was gerade ihm los ist, aber er hat massiv Probleme jetzt gerade mit der Umgebung. Hat er bisher noch nie gehabt. Das ist so seltsam. Ah, Wand! Okay. Machst du jetzt die große Rolle danach? Nee, du musst dich danach erst groß ausruhen. Oh, das wird noch mal. Ich meine, jetzt aktiviere ich's. Also es bringt ja nichts, das ganze Zeit deaktiviert zu lassen. Und dann macht er die Angriffe erst nicht, die ich brauche. Deswegen... Also die Tatsache, dass es jetzt halt eben macht. Ich habe einen riesengroßen Turm gebaut. Toll! Danke, Spiel. Wie gut, dass das Bauen so gut funktioniert auf schrägen Oberflächen. Und halt so. Wir brauchen das kurz. Ich brauche ein bisschen Energie. Mehr Energie gab's halt gar nichts. Ich habe halt auch so gut wie nichts getroffen. Das war das nächste Problem. Wir brauchen mal wieder One Point. Das war das nächste Mal. Nein. Schön. Auf dem Schweifen macht's auch schon 170 Schaden. Das ist auch schon okay. Natürlich nicht zum Vergleich zu den 500, aber vertretbar. Vorhin hatte ich auch immer 700, ja, das war, ähm, wann war das? Ich weiß es gerade gar nicht, wie ich die hinbekommen habe. Okay, ich gehe auf Zokomo. Achso, während der Aggro ist, ja klar. Weil ich Aggro ja nochmal 10% mehr Schaden mache oder sowas. Deswegen war es, glaube ich, deswegen. Oh, ich hätte tatsächlich das noch hinbekommen. Ich dachte niemals, dass das noch trifft. Vor allem, dass die Wand sich baut, hätte ich nicht gedacht, ich bin ganz ehrlich. Das war die seltsamste Wand überhaupt. Waren Fehler von mir. Zum Glück kein Tödlicher. Das war's. Okay. Keine Ahnung, was das gerade mit Sukumo hat. Habe ich so wenig Leben gehabt? Haha, ich habe ihm damit sogar noch Schaden gemacht, sehr gut. Haha, das ist nice. Ich war mir auch nicht bewusst, dass das schon geht durch die Wand. Ich glaube, wenn ich an ihm dran stehe, dann macht er ganz gerne mal den Stampfer nach oben. Ja, ich kann ihn so ein bisschen mehr baiten. Ah, schade. Heißt nicht, dass ich es nicht trotzdem nutzen kann. Ja, auf dem Rücken macht es halt nur 74 Schaden, aber das ist okay. Das ist halt echt tödlich. Ah, das juckt ihn nicht mehr. Das ist gefährlich. Also er ist jetzt schon immun gegen die Ballisten. Jetzt machen sie bloß noch Schaden. Guten Abend, Flandi. Willkommen zum Team. Schön, dass du bei bist. Das kam sehr spontan. Die Abune war zu früh. Oh, okay. Auch möglich, ja. Es ist nicht dein Ernst, dass das so weit trifft. Schade. Sehr, sehr schade. Verdammt. Aber ja, ergibt Sinn, dass die Abune zu früh war. Ärgerlich. So ärgerlich. Ich dachte nicht, dass er mich so weit trifft. Wir probieren es noch einmal. Muss man echt gut uptimen. Was nicht schwer ist bei manchen Dingern, weil deren Animation so freaking lange ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, gerade bei der Harpune, bei den Vögeln und sowas, habe ich es eigentlich mittlerweile gut raus, wann man sie dann runter schießen kann. Aber jetzt bei ihm hatte ich es definitiv nicht gewusst. Beziehungsweise, ich wusste, als ich die Harpune gesetzt habe, habe ich mir noch gedacht, ich hätte auch zuerst einen Trank nehmen können und dann die Harpune. Dann wäre es sicherer gewesen. Aber, ja gut. Ich meine, wir machen gut Schaden. Er war schon relativ weit. Wir müssen es jetzt bloß noch zu Ende bekommen. Einen Versuch noch. Ich würde mal sagen, wir kommen wenigstens ziemlich, ziemlich gut voran. Wir kommen permanent in die zweite Phase rein. Oder in die zweite Aggro-Phase. Ähm. Und ich denke, wir haben ihn auch relativ gut im Griff mittlerweile. Das Einzige, was ich mir von der Wand wünschen würde, dass sie anzeigt, wenn sie beschädigt ist. Momentan muss man noch raten, ob der einen Angriff der Wand beschädigt hat oder nicht. Ja, absolut. Bin ich voll und ganz bei dir. Das. Also ich gehe mittlerweile eigentlich eher davon aus, wenn eine Wand noch irgendwo rumsteht, dass sie beschädigt ist. Ähm. Aber ja, ich bin voll und ganz bei dir. Das ist eigentlich echt schade, dass man das nicht irgendwie sieht. Weil es kann halt echt über Leben oder Tod entscheiden, ob diese Wand jetzt, äh, äh, kaputt ist oder nicht. Na gut. Aber war eigentlich ein ganz sauberer Kampf. Wir haben viele Sachen richtig gemacht. Viele Sachen liefen sehr, sehr gut. Ich bin eigentlich soweit ganz zufrieden. Und ich glaube, wie gesagt, wenn ich es richtig mache, kann ich, äh, so ein bisschen, komm, bei dem Angriff nicht weg, wenn ich drunter stehe. So ein bisschen baiten, dass er den, den Bodyslam macht, wenn, äh, wenn ich nahe bei ihm stehe. Und das ist ja unser, unser Hauptschadenspunkt. Oh, machst du das jetzt auf Tsukumo? Bitte nicht. Na, macht's eh nicht. Oh, das ist ja 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 nicht. So viel dazu, so viel zu meiner ganz, ganz tollen Theorie. Okay. Ich bin halt doch anfällig für Folgeangriffe. Gerade wie so war es. Die leichte Rolle ist halt gar kein Problem, wenn du seitlich von ihm stehst, aber längst von ihm musst du halt so spät wegrutschen. Wir machen nochmal einen Versuch. Das war jetzt kein wirklicher Versuch. Wie lange macht er das, bitte? Leider viel zu lang. Leider viel zu lang. Ja, ich darf da nicht die Nachkombo nachsetzen, aber ich muss ihm halt irgendwann Schaden machen. Die 500 Schaden alleine reißen es halt nicht. Wir waren trotzdem vorher bloß noch bei 10 Minuten und der hatte noch keinen Totenkopf. Von dem her, wir müssen da uns echt dran halten. Ich muss trotzdem halt schneller wieder weg, schneller wieder bereit sein, wegzurollen. Schwierig. Nein, ich habe schon wieder... Wie gesagt, letzte Runde. Aber wie gesagt, wenigstens haben wir jetzt mal eine Strategie. Es funktioniert wenigstens mal. Jetzt ist halt bloß noch das Monster des Doofes. Ich hatte noch mehr Wände rumstehen, so durchschnittlich 3 bis 4. Da war es noch relevanter. Ja, okay. Gut, ja. Da hatten wir dann gar keine Ahnung mehr. Guten Abend, Spanazze. Willkommen zum Stream. Schönes Wibes. Oh, ist die zweite Echse da hinten. Ich bin am Stachelswein verzweifelt. Naja, ich mache ihn noch. Ich habe jetzt wenigstens eine Strategie gegen ihn. Das war das, was mir bisher gefehlt hat. Deswegen verzweifeln würde ich nicht sagen. Lernen. Ich bin am Lernen. Da wäre vielleicht eine schnelle Wand gegangen, aber es ist halt so spontan dann. Ich habe bisher nicht ein einziges Mal gesprungen. Jetzt. Schön. Ich konnte es nicht aktivieren. Warst du nicht voll? Ich weiß es nicht. Ich habe halt auch einen Trank davor getrunken. Das war leider viel Schaden, der uns da jetzt durch die Lappen gegangen ist. Vielleicht können wir ihn jetzt wieder aufhauen. Können wir natürlich nicht. Okay. Das ist weird. Du machst es nicht, aber dafür machst du es danach dann direkt. Wieso war das? War das echt noch dein Rücken? Was zur Hölle? Hä? Das ist halt auch so ein lächerlicher Schadensunterschied. Ob du jetzt präzise seinen Schweif oder seinen Rücken erwischst. Also der Schaden bisher war grottig. Wir haben 300 statt 1000 Schaden gemacht. Was ist das? Was ist das? Er ist sehr gut. Okay. Wir sind so dermaßen spät dran. Ich kann halt nichts. Es ist nicht so, als hätte ich irgendwas in der Hand. Ich muss halt Glück haben. Es war doof, wie ich die anderen Punkte getroffen habe. Aber einmal habe ich einen Trank genommen. Und das andere Mal war es halt ein fehlender Treffer. Okay, spät rollen, wenn er das so macht. Bist du jetzt auf Tsukumo? Wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht. Das bringt halt wieder nichts, weil ich habe das hier nicht. Und ich habe schon wieder den Rücken erwischt. Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Mann. Das ist doch nur ärgerlich. Ich bin jetzt zu nah. Dann halt das auch nicht. Wenn ich ihm natürlich gar nicht Schaden machen kann, dann bringt der Kampf natürlich auch nichts. Okay, machst du daraus dann die Rolle? Ja, muss. So, jetzt bitte. Wir brauchen das. Yes. Okay. Ist in Ordnung. Ich muss mich trotzdem irgendwie anschauen. Warum auch? Toll, okay. Gut, ich meine, der wurde wenigstens aufgehalten. Immerhin. Wow, das hatte ich echt. What? Ich dachte, die wäre schon kaputt, weil er dagegen geknallt ist. Sehr, sehr interessant. Okay. Er guckt mich an und dreht sich dann zur Wand und startet die zwei Sekunden an. Dieses Biest ist teilweise aber so kaputt. Das weiß selber, glaube ich, meistens nicht genau, was es tut. Ah. 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 Wow, dass das noch funktioniert hat. Es war pures Glück, aber das war Glück, nicht, dass ich... Das ist so lächerlich. Warum treffe ich das jetzt nicht mehr? Wir sind ein bisschen spät dran, aber noch... Ich sag mal, noch haben wir die Möglichkeit, wahrscheinlich, es zu schaffen. So nicht. Okay. Okay. Wandabreißungsexperte hier. Ja. Nice. Hä? Hat der gerade eben nochmal fünf Sekunden länger gebraucht, um den Angriff zu machen? Wie länger ich ihn bekämpfe, desto kaputter geht er. Nein. Das war's für heute. Really? Okay. Nicht ideal. Wir nehmen, was wir kriegen können. Definitiv nicht ideal. Sehr suboptimal. Ich hab jetzt gerade meinen stärksten Punkt kaputt gemacht, um den Sprung im Griff zu treffen. Davor hatte ich tatsächlich Angst, dass das irgendwann passieren könnte. Ich weiß jetzt nicht, wie das gescheit läuft. Kleb ihn wieder an. Nicht ideal. Ich bin nie. Ich bin nie. Das ist das Einzige, was ich gerade machen kann. Oh mein Gott. Das war Frame Perfect. Jesus. Ich glaube, es trifft trotzdem. Er darf halt nicht schon wieder aufstehen. Das ist das Wichtige dabei. Ich glaube, wenn er das nicht macht, dann funktioniert es, dass ich auch den großen Schaden bekomme. Ich habe eine halbe Sekunde Zeit. Das ist halt einfach eine freaking halbe Sekunde, die zwischen Leben und Tod entscheidet. Da bin ich nicht mal böse drüber. Ich bin aber bloß enttäuscht. Das ist aber bloß... Joa, okay. So ist es also. Ja. Toll. Er hatte sogar schon einen Totenkopf und wir hatten noch... Wie viel? Zehn Minuten Zeit. Von dem er... Das hätte sogar was werden können. Und am Debel, schön, dass du dabei bist. Schade. Aber... Ich sag mal, wir haben eine Strategie. Wir können ihn besiegen. Wir können ihn besiegen. Es läuft eigentlich ganz gut. Ich muss das leider für heute aufhören. Aber... Ich denke, wir kriegen ihn auch so. Sieben Minuten oder so hat es noch. Ja, ich denke... Ja, genau. In der Richtung. Ich denke, das hätte schon funktioniert. Wohlgemerkt dafür, dass wir keinen gescheiten Angriff hinbekommen haben. Kein Sprungangriff war gut, oder? Das ist... Wir hatten vier Sprungangriffe. Keiner davon hat den vollen Schaden gemacht. Und wir hatten trotzdem schon seinen Totenkopf. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir vielleicht tatsächlich mal drei von vier richtig gut hinbekommen, dann... Ist der auf jeden Fall... Schnelltoast. Haben wir den nach zehn Minuten erledigt. Eben noch gesehen, wie Dragon Killer gelöscht wurde. Hat sich gelohnt, ja. Einfach deleted. Oh, Mann. Was für ein Biest. Ich bin wenigstens froh, dass ich jetzt die Katana ein bisschen besser verstehe. Aber das macht das Monster immer noch nicht gut. Deswegen... Wir kriegen ihn besiegt. Aber ich mag nicht, was wir damit gemacht haben. Definitiv nicht. Wie gesagt, entweder oder. Und hey, du hast den Schweif abgekriegt. Ja. Das ist keine leichte Aufgabe, muss man sagen. Bin ich ein bisschen stolz auf mich. Es hätte mich aber auch... Wäre der Kampf noch weitergegangen, hätte es tatsächlich harte Probleme geben können. Aber ich hab ihn abbekommen. Immerhin. Aber ich sag, guck noch mal. Ich denke, ein paar Versuchen wird er dann vielleicht erledigt sein. Er ist schon hart. Es ist so eine Challenge, die ich halt nicht wirklich mag, weil die Challenge in die falsche Richtung geht. Aber wir stellen uns ihr und kriegen ihn bestimmt auch erledigt. Ich glaube, ich verstehe jetzt auch, wieso ich es doch so relativ gut hingekriegt habe. Okay. Weswegen? So, wir speichern. Die Waffe zu bauen war auf jeden Fall auch kein Fehler. Man muss ja jetzt sagen, der größte Teil des Streams war ja tatsächlich Waffe bauen. Deswegen. Und die Waffe ist verdammt gut. Deswegen. Da bin ich jetzt auch nicht böse, dass wir die gebaut haben. Deswegen. Heute auf jeden Fall ein Fortschritt. Und auf jeden Fall mehr Erfahrung. Ich denke, das Biest können wir das nächste Mal absolut hinbekommen. Aber ja, keine Ahnung, was dein Spezialgeheimnis war. Der Rücken nimmt ja kaum Schaden. Aber ich hab die Fähigkeit Holzschwächung. Was bedeutet, zu einem gewissen Moment macht mein Holzschaden am Rücken genauso viel wie sonst wo. Ach so. Ja, aber. Sicher? Ja. Weil. Das gibt doch nicht bloß Holzretten. Ja, gut, okay. Dann Holzschaden. Ja, okay. Ja. Ja. Okay. Oh Gott. Ah! What? Was? Was? Was ist das für ein Titelbild? Jesus. Okay. Funktioniert das so tatsächlich? Ja, scheinbar schon. Er hat dann einfach bloß eine höhere Resistenz am Rücken. Und die reduzierst du langsam nach und nach weg. Interessant, ja. Genau, mein neutraler Schaden war natürlich verringert. Aber Holz ging durch. Genau, klar. Klar. Das dachte ich nämlich zuerst so, halt, er hat doch normalen Schaden. Aber klar, Holz und der Elementschaden ist natürlich dann der besondere Schaden, der dann auch ordentlich Schaden macht. Ja, okay. Das ist natürlich schon cool. Da musst du halt nie Angst vor dem Rücken haben. Sondern kannst ihn halt immer auch dort angreifen. Ist schon cool mit der Schwächung. Muss ich sagen, also ich hab sie zwar auch gerne genommen, die Schwächung. Aber bloß, weil ich dachte, oh ja, klingt cool. Aber ich hab nie verstanden, dass es so funktioniert. Das macht es halt noch mal besser. Dass du tatsächlich ja das Monster immer und immer weiter schwächst. Gerade für langwierige Quests ist halt mega, mega gut. Und so gesehen kannst du mehr oder weniger ja mit jedem Element dann auch jedes Monster bekämpfen, ne. Du brauchst halt bloß länger, um die Resistenz runterzudrücken. Deswegen, coole Sache. Und ja, kann sicherlich, äh, sicherlich auch helfen. Oder hat sicherlich auch geholfen, ne. Um einfach genau den, äh, den richtigen Schaden zu machen an jedem, an jedem Punkt. Ist cool. Einen Rücken. Hier werden nicht über Rücken geredet. So, dann machen wir für heute aber auch Schluss mit dem Steam. Wie gesagt, ich würd's definitiv, auch wenn wir heute keins von den Ultra-Kemonos erledigt haben, würd ich's trotzdem als Erfolg verbuchen. Wir haben ne Waffe gefarmt, die, die jetzt ordentlich stark ist. Gefällt mir auf jeden Fall sehr. Vor allem, dass man jetzt halt anders mit dem, mit dem Entfestungsmodus arbeiten muss. Ich hätt schon drüber nachgedacht, aber ich hätt's nicht gemacht, weil ich nicht noch mein Steam dafür opfern wollte. Jetzt mussten wir's tun. Und ich bereu's nicht. Und ich denk, wenn wir mit dem Jasma-Stachel klarkommen, dann kommen wir mit den meisten anderen Sachen auch klar. Ich will gar nicht wissen, wie der Frostgrim wird. Äh, der Frostgrim an sich ist schon heftig. Der kann dann richtig, richtig fies werden. Aber auch dafür braucht man ne Strategie und sobald wir die haben, können wir dann sicherlich auch den irgendwie besiegen. Ist ein, ist ein cliffliches Endgame, muss man sagen. Also wahrscheinlich halt recht simpel, wenn man's im Singleplayer macht. Aber Solo, 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 Solo schon, schon sehr heftig. Wolfi kommt noch. Ja, Wolfi. Bekannter ist 163 geworden. War also auch erfolgreich. Oh, nice. Ja, 163 ist auch schon echt stark. Sehr cool. Glatius Tages, gib dir ein Erfrischungsgetränk. Das brauche ich jetzt, ja. Das brauche ich definitiv. Dankeschön. Oh, das ist so süß. Wie es da oben drauf hockt. Sieht cool aus. Definitiv. Echt simpel im Singleplayer, aber Solo. Ich meinte natürlich im Multiplayer. Es ist spät und ich hab mir jetzt mal Stachel gemacht. Kennst du nicht den Unterschied? Das ist, das ist, Singleplayer bedeutet, du gehst alleine in die Quest und machst die Quest alleine. Singleplayer. Solo bedeutet, du gehst zu dritt auf die Quest, aber nur du gehst auf das Monster. Solo. Okay. Nun, bring mir die Quest wenigstens was, um Münzen zu bekommen. Ah, okay. Okay. Ich wollte gerade nochmal nachgucken, ob ich mich verhört habe. Nee, ich hab einfach bloß, ich hab Blödsinn gelabert. Ich wollte natürlich sagen, im Multiplayer ist er recht simpel. Und Solo heftig. Aber ja, es ist, wie gesagt, es ist spät. Definitiv. Deswegen machen wir jetzt auch ganz schnell Schluss für heute. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne gute Nacht. Schlaft schön. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen und fürs Dabeisein. Wir sehen uns dann erst Donnerstag wieder. Morgen kein Stream. Donnerstag geht's dann ab 19.30 Uhr weiter mit dem nächsten Super Metroid Randomizer, zusammen mit dem guten Sozi. Wild Hearts gibt's am Freitag wieder. Und da stürzen wir uns am Freitag wieder rein. Und ja, probieren dann endlich mal diese nächsten beiden Super-Kämonot zu erledigen. Ich hoffe, das wird was. Und ja, mal sehen, was sich danach dann so ergibt. Und wie gesagt, wie wir mit denen dann auch so klarkommen werden. Bin aufs Chaos gespannt. Ja, ich auch. Ich definitiv auch. Wird eine gute Sache. Ich freu mich sehr auf den Randomizer. Und ich freu mich auch sehr endlich, die Miasma-Stachel fertig zu machen. Das ist höchste Zeit. Absolut. Ja, die Revives machen das wohl viel einfacher. Ja, ich denke schon. Du kannst dir ja so gesehen zwei oder drei Leben ercheaten. Vor allem, wenn du es richtig machst. Und dann ist so eine Ein-Todes-Quest halt auch längst nicht mehr so gefährlich. Dann kann er dich halt nicht so, wie mich gerade eben, nicht so einfach aus dem Spiel nehmen. Ohne, dass du es kommen siehst. Mal sehen. Wolfi, ja. Dragon cheatet? Immer. Aber was ihr als Cheaten versteht, ist bei mir schon Baseline. Deswegen cheate ich in meinen Augen nicht. Das ist die grundlegende Sache. Schön. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schlaft alle schön. Habt noch eine schöne Woche. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, euch hat das Stream auch gefallen. Wie gesagt, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Mit dem nächsten Stream. Bis dann. Ciao.